Das Buch, da alle Heimlichkeit innen lieget, ist der Mensch selber. Er selber ist das Buch des Wesens aller Wesen, dieweilen er die Gleichnis der Gottheit ist. Das große Geheimnis lieget in ihm. Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll ich aber von dir schreiben, du irdische Babel? Siehe, du rühmest dich ein Kind Gottes, aber dein Herz ist ein Mörder und Dieb. Du trachtest nur nach weltlicher Ehre und Reichtum, und wie du das magst an dich bringen, da frage dein Gewissen nicht nach. Schaue nur die Welt bei dem hellen Licht an. So wirst du finden, dass jetzt so alle vier neuen Söhne, welche der Teufel hat geboren, als erstens Aufwart, zweitens Geiz, drittens Neid, viertens Zorn, diese regieren jetzt so die Welt und sind des Teufels Herze, seine animalischen Geister. Die Welt meint wohl, sie stehe jetzt im Flor, weil sie das helle Licht hat, über sich schweben. Aber der Geist zeiget mir, dass sie mitten in der Hölle entstehe. Denn sie verlässet die Liebe und hanget am Geize, Wucher und Schinderei. Es ist keine Barmherzigkeit bei ihr. Ein jeder schreiet, hätte ich nur Geld. Der Gewaltige sauget dem Niedrigen das Mark aus den Beinen und nimmt ihm seinen Schweiß mit Gewalt. In Summe, es ist nur Lügen, Trügen, Morden und Rauben und heißt wohl Recht des Teufels Nest oder Wohnhaus. Das heilige Licht ist jetzt so nur eine Historia und Wissenschaft. Der Geist will darin nicht arbeiten. Oh, du blinde und törichte Welt! Der Mann, der uns dieses dystopische Bild im Spiegel vorhält, ist der Görlitzer Schuhmachermeister und Garnhändler Jakob Böhme. 1575 in einem Dorf in Schlesien geboren und 1624 vor fast 400 Jahren in der Neiße Stadt Görlitz gestorben. Jakob Böhme Ein Mysterium Eine erratische, aus allen Rahmen und Kategorien fallende Gestalt der deutschen Geistesgeschichte. Ein Visionär und Autor visionärer Texte. Von der lutherischen Orthodoxie als Ketzer mit Schreibverbot belegt und durch die untergründige Verbreitung seiner Schriften schon in den Jahrzehnten nach seinem Tod in weiten Teilen Europas als Philosophus Teutonicus bekannt. Heute ist Jakob Böhme in der Geistesgeschichte weltberühmt und gilt denen, die ihn kennen, als einer der tiefsten und wirkmächtigsten Quellbrunnen, um eines seiner schönen Worte zu verwenden, der Philosophia Perennis, der ewigen Philosophie. Er ist der bedeutendste Autor der aus der mittelalterlichen deutschen Mystik aufgeblühten christlichen Theosophie. Die Wirkung seiner Schriften wird geisteswissenschaftlich immer weitgehender eruiert und erweist sich als gewaltig. Ohne Jakob Böhmes Werk wäre die innere Kraft und Wirkung der spirituellen Unterströmungen der Aufklärung, der Pietismus, die Romantik und der Höhenflug der deutschen idealistischen Philosophie nicht denkbar. Und nicht nur das. Auch zu Beginn des dritten Jahrtausends hört der geheimnisvolle Mann aus Görlitz nicht auf, die Gemüter der Theologen, Philosophen, Kulturhistoriker und Naturwissenschaftler zu bewegen. Anlässlich eines Böhmes-Symposiums in Gotha im Jahre 2019 war überregional zu lesen, Dunkelster Denker oder Wegbereiter einer über sich selbst aufgeklärten Aufklärung? Der Philosophus Teutonicus erreicht mittlerweile das große Publikum. Es gibt keine aktuelle Bibliografie aller Veröffentlichungen, die Jakob Böhme seit seinem Todesjahr 1624 weltweit gewidmet wurden. Es sind Hunderte, wenn nicht mehr. Eine nur die letzten drei Jahrzehnte umfassende Bibliografie der geisteswissenschaftlichen Arbeiten zu und über Jakob Böhme zählt an die 200 Titel. Im Jahre 2017 hat eine große Ausstellung im Dresdner Residenzschloss den mystischen Philosophen und sein Werk gewürdigt. Die erste große Ausstellung über Böhme überhaupt, die jetzt durch Europa wandert, von Dresden nach Coventry, Amsterdam und Breslau. Es gibt aus jüngster Zeit einen Jakob Böhme Kinofilm und einen Dokumentarfilm, dazu einige Hörstücke und Radiosendungen, und im Sommer 2019 gründete eine Gruppe von Görlitzer Böhme-Lesern und Verehrern eine Jakob-Böhme-Akademie und ein Jakob-Böhme-Forum. 2020 soll mit der Veröffentlichung einer dreißigbändigen kritischen Werkausgabe begonnen werden, fast 400 Jahre nach Böhmes Tod und 290 Jahre nach dem Erscheinen der ersten und bisher einzigen vollständigen Ausgabe seiner Schriften in Amsterdam 1730. Für das Jahr 2024 plant die Stadt Görlitz zum 400. Todestag die Gründung eines internationalen Jakob-Böhme-Zentrums, das kurioserweise in einer Kirche auf dem Görlitzer Obermarkt installiert werden soll. Und wenn man das Netz nach Böhme befragt, kommt man aus dem Staunen über die Fülle der Verweise nicht heraus. Zum Beispiel diesen, gefunden auf einer US-amerikanischen Jakob-Böhme-Gewidmeten-Webseite. Vor 400 Jahren, vor der Entdeckung der Elektrizität und nur 150 Jahre nach der Erfindung der Druckerpresse, entwickelte ein ungebildeter deutscher Schuhmacher die Idee, dass Gott ein binärer, fraktaler und sich selbst reproduzierender Algorithmus sei, und das Universum eine genetische Matrix, geboren aus der existenziellen Spannung und der Sehnsucht Gottes, sich zu erkennen. Was hat Jakob Böhme am Beginn des dritten Jahrtausends dem modernen Menschen, dem Homo Deus, zu sagen? Gerade jetzt, in dem weltgeschichtlichen Augenblick, in dem sich zeigt, dass die mathematisch-naturwissenschaftliche Durchdringung der materiellen Welt und die gleichzeitige, merkantilgierige Verwertung alles Wertvollen den Planeten zu einer Benutzeroberfläche degradiert hat, auf welcher mit geradezu unheimlicher Konsequenz alles, was durch Jakob Böhme zur Sprache und in die Welt gekommen ist, alles, was durch ihn eröffnet wurde, wie vernichtet erscheint, der eine allumfassende, allbeseelte und göttlich durchgeistete Kosmos als Leib Gottes. Die Menschheit als der eine Leib in vielen Gliedern, von denen jedes wieder ein Ganzes ist. Der begeisterte, tiefe Blick in das Drama der atmenden, fruchtbaren, farbenstrahlenden und quellenden Schönheit der leiblichen, kosmischen Wirklichkeit. Alles dahin? Die moderne Welt, unsere Welt, hat sich im autosuggestiven Bann ihrer Erfindungen verfangen. Und es sind eben diese Erfindungen und ihre radikalen Anwendungen, die gerade jetzt, vor unseren Augen, ganze Myriaden von Lebensformen aus der Biosphäre verbannen, bis schließlich, so hat es den Anschein, die moderne Welt selbst an der Reihe sein wird. Was hat Jakob Böhme in dieser Gegenwart zu suchen? Der französische Philosoph Albert Caracu hat das apokalyptische Empfangsszenario in seinem Text »Brevier des Chaos« beschrieben. Wir brauchen eine neue Offenbarung, eine, die die Hinfälligkeit derer verkündet, denen wir anhängen. Aber die, denen wir anhängen, sind da. Ihr tödliches Gewicht verbündet sich mit dem Verhängnis, das uns zermalmt. Ordnung und Chaos bilden ein Ganzes, das wir nicht zu zerbrechen vermögen. Die Anarchisten und die Nihilisten sind die letzten vernünftigen und sensiblen Menschen unter den Tauben, die marschieren, und den Blinden, die kämpfen. Aber es genügt im jetzigen Zeitalter weder, Recht zu haben, noch zu fühlen, um irgendetwas zu verändern. Die Ordnung muss durch eine Ordnung und nicht durch eine Unordnung ersetzt werden, und die Moral durch eine Moral und nicht durch Unmoral, so wie der Glaube durch einen Glauben ersetzt werden muss, und nicht bloß durch eine Lehre. Und die Totengötter durch neugeborene Gottheiten. Wir brauchen keine Aufwiegler, sondern Propheten. Wir brauchen religiöse Genies auf der Höhe dieser Zeiten und unserer Werke. Es ist kaum möglich, sich einen radikaleren Gegenwurf zur modernen Welt vorzustellen, als Jakob Böhme, in dessen Augen der Kosmos die Selbstoffenbarung Gottes ist, und der Mensch das größeste Geheimnis, das Gott gewirket hat. Und es ist kaum möglich, sich einen wünschenswerteren Gegenwurf vorzustellen, als diesen demütigen, gewaltigen Geist, der uns mit heiligem Ernst gegenüber tritt und nur um eines ringt, um das Erwachen des menschlichen Bewusstseins. Und etwas lässt sich über Jakob Böhme und sein Werk sagen. Es ist ein Licht darinnen. Es ist ein überzeitliches, weißglühendes, metaphysisches Licht. Seit 400 Jahren strahlen seine Schriften in den Landschaften jeweiliger Kulturen, wie Uluru, der heilige Berg der Ureinwohner in der australischen Wüste schwebt, nur auf besonderen Wegen zugänglich und zugleich weglos, unzugänglich und nur schwer erreichbar. In den folgenden drei Stunden werden wir versuchen, uns diesem außergewöhnlichen Menschen zu nähern, den Autor dieser geheimnisvollen, seltsamen, nach 400 Jahren immer noch nicht ausgeloteten und immer noch wirkmächtigen Schriften und ihr großes Thema, das Ringen um die Befreiung der innersten geistigen Kräfte des Menschen und seines Bewusstseins im Licht der Herrlichkeiten des lebendigen Kosmos. In den nächsten drei Stunden werden wir ihn selbst, in seiner 400 Jahre alten Sprache, von seinem Leben und seiner Vision erzählen lassen. In der ersten Stunde der langen Nacht werfen wir einen Blick auf Jakob Böhmes Epoche und das, was sie in ihm provozierte. Die zweite Stunde widmet sich der Frage nach den geheimnisvollen Quellen, aus denen er Schöpfte. Und in der dritten Stunde versuchen wir zu verstehen, was er gesehen hat und warum er den Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling zu der Bemerkung veranlasste, Man kann nicht umhin von Jakob Böhme zu sagen, er sei eine Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit und besonders in der Geschichte des deutschen Geistes. Könnte man je vergessen, welcher Schatz natürlicher Geistes- und Herzenstiefe in der deutschen Nation liegt, so dürfte man sich nur an ihn erinnern. Gerlitz, nachts, auf dem Untermarkt. Es ist so still, dass man den leisen Wind hören kann, der über den Platz streicht. Und das Rasse in der Mechanik, wenn der Kriegerkopf, der in das Zifferblatt der Rathausuhr eingelassen ist, seine Kinnladen klappt. Es ist Mitternacht in Gerlitz. Auf dem Zifferblatt unter der Uhr in Gold die Zahl 1584. Jakob Böhme ist neun Jahre alt, als die Uhr im Rathausturm installiert wird. Damals lebt er noch in Altseidenberg, seinem Geburtsdorf, südöstlich von hier, auf der anderen Seite der Neiße. Es gibt einen Holzschnitt, der die Bewusstseinslage des europäischen Menschen zur Zeit Jakob Böhmes darstellt. Man sieht einen Mann, der von der Erde aufsteigend mit seinem Kopf die von den Fixsternen gebildeten Sphären des Himmels durchstößt und erschrockenen Auges die Unendlichkeit des Alls erblickt. Dieser Schrecken wird geistesgeschichtlich als Beginn der Neuzeit betrachtet. Bis dahin hatte der Mensch sich und die Erde im Mittelpunkt eines vom Schöpfergott geschaffenen Kosmos gesehen, aber der Kopf hatte die Projektion durchstoßen. Jetzt stürzten die Himmel ein, einer nach dem anderen, nach innen. Die Zeit ist aus den Fugen, schreibt William Shakespeare. Es ist seine Zeit und die Zeit Jakob Böhmes, Giordano Brunos, Galileis und Cervantes, über die fast drei Jahrhunderte später Friedrich Nietzsche sagt, seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem Zentrum ins X. Der Beginn der Neuzeit, der kopernikanische Schock, der Zusammenbruch des christlichen Weltbildes, die Geburtsstunde der mathematischen Naturwissenschaft und die Geburtsstunde des freierkennenden, mit freiem Willen begabten Ich. Wirft man aus einem imaginären Hubschrauber einen Blick aus der Höhe auf das chaotische und erregte spirituelle Klima Europas, erblickt man eine seit Jahrhunderten nicht mehr dagewesene Freiheit und Offenheit des Denkens und eine gleichzeitige tiefe Unsicherheit, Machtkämpfe auf allen Ebenen, seelischer Bodenverlust, eine fiebrige spirituelle und religiöse Suche, ein streitbares oder ängstliches Behaupten von Positionen und vielgesichtiges Schwärmer- und Sektiratum, Laienprediger und Fanatiker, sie alle bewegt durch Luthers These vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen, die jedem Einzelnen auf seinem Weg zu Gott freie spirituelle Erkenntnis zugesteht. Die innere Unsicherheit der Gläubigen in dieser revolutionären Zeit eines allseitig schwankenden Bodens, die Sehnsucht der erschrockenen und suchenden Seele nach Halt, Gewissheit und Erlösung, hat Jakob Böhme in einem seiner Texte dargestellt wie eine Innenansicht der plötzlich hereingebrochenen kosmischen Einsamkeit. Die Weife in diesem Jammermeer, in dem irdischen Fleisch und Blut schwimmen und sind einer irdischen Qual worden, da wir in der Dunkelheit verschlossen liegen, höret das edle Gemüt nicht aufzuforschen von seinem rechten Vaterlande, dahin es gehen soll. Es spricht immer. Wo ist dann Gott? Oder wenn soll es doch geschehen, dass ich Gottes Antlitzmark sehen? Wo ist doch meine edle Perle? Wo ist das Jungfrauenkind? Sehe ich doch nicht, wie geschieht mir doch, dass ich mich also ängste nach demselben, dass ich doch nicht schauen kann, Ich befinde wohl den großen Lust und Begierde danach, kann aber nichts sehen, da mein Herz möchte ruhen. Jakob Böhmes genaues Geburtsdatum ist unbekannt. Er wird 1575 in Nieder-Alt-Seidenberg als viertes Kind einer mittelständischen und bibelfromen Bauernfamilie geboren. Sein Vater Jakob amtiert als Gerichtsschöffe und Seidenberger Kirchenvater. Aufgrund seiner körperlichen Schmächtigkeit wird der kleine Jakob nach dem Besuch der Grundschule in dem nahen Städtchen Seidenberg zu einem Schuhmacher in die Lehre gegeben. Die Annalen der Stadt Görlitz verzeichnen, dass der 1594 zugezogene Jakob Böhme sich am 24. April 1599 als Schuhmachermeister und Bürger von Görlitz eintragen lässt. Am gleichen Tag erwirbt er eine der Schuhbänke auf dem Untermarkt und heiratet noch im gleichen Jahr. Ein Jahr später, 1600, wird der erste Sohn Jakob geboren und sein 25-jähriger Vater macht eine Erfahrung, die sein ganzes weiteres Leben bestimmen wird. Die erste 1651 veröffentlichte Lebensbeschreibung Jakob Böhmes wird von dem schlussischen Adligen und Mystiker Abraham Graf von Frankenberg verfasst. Frankenberg begegnet Böhme drei Jahre vor dessen Tod und wird sein Freund und Schüler. Er ist 31 Jahre alt, als der Seher mit 49 Jahren stirbt. Viele Elemente seiner von Motiven der Volksfrömmigkeit durchzogenen Biografie sind, wie der Autor versichert, auf Gespräche mit Böhme und dessen Erzählungen zurückzuführen. Von Frankenberg stammt auch die einzige Beschreibung der Person. Seine äußerliche Leibesgestalt war verfallen und von schlichtem Ansehen. Kleiner Statur, niedriger Stürme, erhobener Schläfe, etwas gekrümmter Nase, grau und fast himmelblau blinzender Augen, sonsten wie die Fenster am Tempel Salomonis, kurzdünnen Bartes, kleinlautende Stimme, doch holzseliger Rede, züchtig in Gebärden, bescheidentlich in Worten, demütig im Wandel, geduldig im Leiden, sanftmütig von Herzen. Es sind im Wesentlichen vier Episoden, die andeuten, wie aus dem bibelgläubigen melancholischen, grüblerischen Handwerker, der über nicht mehr als eine gute Grundschulbildung verfügt, ein bedeutender Autor, ein Heretiker und schließlich der erleuchtete Philosophus Teutonicus wird. Seine Vision des allumfassenden Einen, des göttlichen Kosmos und des kosmisch-geistigen Urmenschen verbreitet sich im 17. und 18. Jahrhundert über weite Teile Europas und seine Schriften wandern in Übersetzungen nach Holland und England, nach Osteuropa, in die baltischen Länder, bis nach Russland und in die Kolonien der Neuen Welt. Die erste von Frankenberg berichtete Episode hat etwas Rätselhaftes, wir werden später noch einmal auf sie zurückkommen. Ein Archetyp tritt in Erscheinung, ein geheimnisvoller Schicksalsbote. Denn wie mir der selige Mann selber erzählet, hat sich's einstmals bei seinen Lehrjahren zugetragen, dass ein Fremder, zwar schlicht bekleideter, doch feiner und ehrbarer Mann vor den Laden gekommen, welcher ein Paar Schuhe für sich zu kaufen begehrt. Weil aber weder Meister noch Meisterin zu Hause hat Jakob Böhme als ein Lehrjunge, selbige zu verkaufen, sich nicht erkühnen wollen, bis der Mann mit Ernst darauf gedrungen. Und als er ihm die Schuhe, in der Meinung, den Käufer abzuschrecken, ziemlich hoch und überrechte Billigkeit geboten, hat ihm der Mann dasselbe Geld, also bald und ohne einige Widerrede dafür gegeben, die Schuhe genommen, fortgegangen und als er ein wenig von dem Laden abgekommen, stille gestanden und mit lauter und ernster Stimme gerufen, Jakob komme heraus. Worüber er in sich selber erschrocken, dass ihn dieser unbekannte Mann mit eigenem Taufnamen genennet und sich doch erholet, aufgestanden und zu ihm auf die Gasse gegangen. Da ihn der Mann eines ernstfreundlichen Ansehens mit lichtfunkelnden Augen bei der Hand gefasset, ihm strack und stark in die Augen gesehen und gesprochen, Jakob, du bist klein, aber du wirst groß und gar ein anderer Mensch und Mann werden, das sich die Welt über dir verwundern wird. Darum so sei fromm, Fürchte Gott und ehre sein Wort. In Sonderheit lies gern in Heiliger Schrift, darinnen du Trost und Unterweisung hast, denn du wirst vielen Not und Armut mit Verfolgung leiden müssen. Aber sei getrost und bleib beständig, denn du bist Gott lieb und er ist dir gnädig. Worauf der Mann ihm die Hand gedrückt, wiederum stark in die Augen gesehen und also seinen Weg vor sich gegangen. Er, der Jakob, aber nicht wenig darüber bestürzt worden und solche Weissagung und Ermahnung mit der Gestalt des Mannes immer im Gemüte behalten und nicht vergessen können, auch forthin in allem seinem Tun ernsthafter und aufmerkiger worden, also das auch obgedachter geistlicher Ausruf und Sabbatstag nach weniger Zeit darauf erfolgt. Den obgedachten geistlichen Ausruf und Sabbatstag, der auf diese seltsame Begegnung folgt, schildert Abraham von Frankenberg in einer Sprache, die jene fast märchenhafte Atmosphäre spürbar werden lässt, ohne die Jakob Böhme und das spirituelle Klima seiner Zeit nicht wirklich fassbar werden. Seelische Sehnsucht, Herzenstiefe und Gottesnähe. Demnach nun unser wohlgedachter Jakob Böhme von Jugend auf der Gottesfurcht in aller Demut und Einfalt ergeben gewesen und sonderlich den Predigten sehr gerne beigewohnet, ist er endlich durch den tröstlichen Verheißungsspruch unseres Heilandes, der Vater im Himmel will oder wird den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten, in sich selber erwecket, wie auch zugleich durch den Streit, und das mannigfaltige Schulgezänke von der Religion erreget und beweget worden, dass er, um die Wahrheit zu erkennen, jedoch in Einfalt des Geistes, inbrünstig und unaufhörlich gebetet, gesuchet und angeklopft, bis er, damals bei seinem Meister auf der Wanderschaft, durch den Zug des Vaters in dem Sohne, dem Geiste nach in den heiligen Sabbat und herrlichen Ruhetag der Seelen versetzet und also seine Bitte gewähret worden, allwo er seinem eigenen Bekenntnis nach mit göttlichem Lichte umfangen und sieben Tage lang in höchster göttlicher Beschaulichkeit und freudenreich gestanden. Hier ist eine kurze Meditation über Mystik unumgänglich. Die Mystik als Erfahrung innerer Steigerungen ist ein wesentliches Element der planetarischen Geistestradition und eine der Grundformen des Christentums. Der Erfahrungs- und Bewusstseinsraum, der mit dem Begriff Mystik bezeichnet wird, erschließt sich, wenn wir der geistigen Überlieferung der Weltkulturen folgen und den Homo Sapiens als Bürger zweier Welten sehen. Nicht nur eine wundersame Kreatur unter anderen wundersamen Kreaturen. Nicht nur ein Geschöpf, das sich durch einige Eigenheiten aus dem wimmelnden Leben der Erde heraushebt, wie raffinierte Zeichensysteme ins Titanische reichende technische Fähigkeiten und bestialische, in der ganzen Natur nicht auffindbare Gräueltaten. Ohne zu übertreiben lässt sich sagen, der Mensch fällt unter seinen Mitgeschöpfen auf. Vor allem, was seine innere Wirklichkeit betrifft, sein selbstreflektives Ich-Bewusstsein und die davon ausgehende Macht, die, wie wir wissen, gerade die Erde verzehrt. Auf schwer darzustellende Weise wirkt der Mensch seit der Entwicklung des Neokortex in aufrechtgehenden Hominiden und der folgenden Eroberung der Spitzenposition in der Nahrungskette wie ein Fremdkörper in dieser Welt. Eine höchstbegabte und äußerst gefährliche Spezies. Im Licht der geistigen Überlieferung der Weltkulturen, in Mythen und Sagen, erscheint der geheimnisvolle Homo Sapiens wie eine Gestalt aus einem Science-Fiction-Roman des amerikanischen Böhme-Verehrers Philip K. Dick, ein aus dem Innersten des Kosmos, dem mythischen Paradies, auf welche Art auch immer Vertriebenes, Geflohenes, Gefallenes oder sonst wie traumatisiertes Geistwesen, das auf diesem Planeten im Körper eines unschuldigen Tieres Asyl sucht und mit ihm verschmilzt. Eine dramatische Metamorphose. Wir sind Tiere, gewiss, Säugetiere, denkendes Eiweiß, und wir sind, es lässt sich nicht leugnen, gleichzeitig auch noch etwas ganz anderes. Der Mensch ist inwendig unendlich, schreibt Jakob Böhme. Die Doppelnatur, der doppelte Ursprung des Menschen, ist eines der Grundthemen der geistigen Überlieferung dieses Planeten, nicht nur des christlichen Abendlandes. Der russische Philosoph und Böhme-Kenner Nikolai Berdiajew schreibt, Der Mensch ist nicht nur ein natürliches Wesen, sondern auch übernatürliches Wesen. Ein Wesen göttlicher Herkunft und göttlicher Bestimmung. Ein Wesen, welches zwar in dieser Welt lebt, aber nicht von dieser Welt ist. In der Gegenwart ist die mystische Erfahrung ein immer wieder aufgerufenes Thema der Anthropologie, der Neurologie und der Gehirnforschung. Seit den Vorlesungen, die William James vor einem Jahrhundert über die Vielfalt religiöser Erfahrung gehalten hat, wissen wir, dass das sogenannte normale Wachbewusstsein nur eine von vielen dem Menschen erfahrbaren Bewusstseinsformen ist, das in viele Richtungen überschritten werden kann. Aber was ist Bewusstsein? Was ist Selbstbewusstsein? Was ist Ich-Empfindung? Wer ist Ich? Wie erklärt sich die Innenperspektive, aus der jeder einzelne Mensch die Welt erfährt? Wie kommt es zu mystischen Erfahrungen? Die Annäherung der Naturwissenschaft an diese Fragen ist vorsichtig und langsam. Wir haben es offensichtlich mit einem Mysterium zu tun. Zur Hilfe kommt uns das alte Wahre. Wir können das vor-naturwissenschaftliche Menschenbild evozieren, das über anderthalb Jahrtausende wirkmächtige abendländisch-christliche Menschenbild, das wir aus den Augen verloren haben, auf unserem Umweg durch die Materie, wie der Kulturphilosoph Jean Gebser die abendländische Geistesrichtung der letzten Jahrhunderte nennt. Das Mysterium des Menschen ist seine Doppelnatur. Die geheimnisvolle Verschmelzung eines geistigen, selbstreflektiven Ich-Bewusstseins mit den vergänglichen Mysterien des Fleisches, Zeit und Ewigkeit in einem Leib, die Conditio Humana. Jakob Böhme schreibt in seinem Text von der neuen Wiedergeburt, Wie nun Gott in der Welt wohnet und alles erfüllet und doch nichts besitzet und wie das Feuer im Wasser wohnet und das nicht besitzt und wie das Licht in der Finsternis wohnet und die Finsternis doch nicht besitzet der Tag in der Nacht und die Nacht im Tage die Zeit in der Ewigkeit und die Ewigkeit in der Zeit Also ist auch der Mensch geschaffen Er ist nach der äußeren Menschheit die Zeit und in der Zeit und die Zeit ist die äußere Welt Das ist auch der äußere Mensch Und der innere Mensch ist die Ewigkeit und die geistliche Zeit und Welt Welcher auch steht in Licht und Finsternis Wie in Gottes Liebe nach dem ewigen Licht und in Gottes Zorn nach der ewigen Finsternis Welches in ihm offenbar ist Darin wohnt sein Geist Entweder in der Finsternis oder im Lichte Erste Nachrichten die ein Wiederfinden des Verlorenen andeuten sind schon eingetroffen So schreibt der niederländische Nahtodforscher Van Lommel Anfang des dritten Jahrtausends nach dreißigjähriger methodischer Untersuchung von Nahtoderfahrungen im Fazit seines Textes Endloses Bewusstsein die grundstürzenden Sätze Man kann sich kaum der Schlussfolgerung entziehen dass unser endloses Bewusstsein unabhängig von unserem Körper schon vor der Geburt bestand und auch nach unserem Tod in einem Raum in dem Zeit und Distanz keine Rolle spielen fortbestehen wird Unser Bewusstsein hat keinen Anfang und es wird auch nie ein Ende haben Daher sollten wir ernsthaft die Möglichkeit in Erwägung ziehen dass der Tod wie auch die Geburt nur einen Übergang in einen anderen Bewusstseinszustand darstellen Diese Erkenntnis ist schon tausende von Jahren alt zeitlos und zugleich gegenwärtig und sie verändert nicht nur wissenschaftliche Theorien sondern auch unser Menschenbild und unser Weltbild und Untertitelung des ZDF, 2020 Im Jahre 1600, etwa zehn Jahre nach der von Abraham von Frankenberg geschilderten ersten Erfahrung einer existenziellen Erhebung, im Jahr des Scheiterhaufens auf dem Campo dei Fiori in Rom, in dessen Flammen der große Giordano Bruno von der römischen Inquisition als Ketzer ermordet wird, widerfährt Jakob Böhme, der gerade Vater eines Sohnes geworden ist, der geistige Durchbruch. Abraham von Frankenberg schreibt in seiner Biografie Unterdessen, und nachdem er sich als ein getreuer Arbeiter seiner eigenen Hand im Schweiß seines Angesichts genähret, wird er mit des siebzehnten Säkuli Anfang, nämlich anno 1600, als im fünfundzwanzigsten Jahre seines Alters, zum anderen Mal vom göttlichen Lichte ergriffen, und mit seinem gestirnten Seelengeiste durch einen jählichen Anblick eines zinnern Gefäßes zu dem innersten Grund oder Zentro der geheimen Natur eingeführt. Da er in etwas zweifelhaft, um solche vermeinte Fantasie aus dem Gemüte zu schlagen, zu Görlitz vor dem Neistore, allwo er an der Brücken seine Wohnung gehabt, ins Grüne gegangen, und doch nichtsdestoweniger solchen empfangenen Blick, je länger, je mehr und klarer empfunden, als dass er mittels der angebildeten Signaturen oder Figuren, Lineamenten und Farben allen Geschöpfen gleichsam in das Herz und in die innerste Natur hineinsehen können. Wodurch er mit großen Freuden überschüttet, Stille geschwiegen, Gott gelobet, seine Hausgeschäfte und Kinderzucht wahrgenommen und mit jedermann fried- und freundlich umgegangen und von solchem seinem empfangenen Lichte und inneren Wandel mit Gott und der Natur wenig oder nichts gegen jemanden gedacht. Zwölf Jahre nach diesem Erlebnis schildert Jakob Böhme im 19. Kapitel seiner ersten Schrift, welcher innere Kampf und welche Traurigkeit dem Durchbruch voranging. Es haben die Menschen je und alle Wege gemeinet. Der Himmel sei vielhundert oder tausend Meilen von diesem Erdboden und Gott wohne allein in demselben Himmel. Zwar, ich habe es selber, vor dieser meiner Erkenntnis und Offenbarung Gottes, dafür gehalten, dass das allein der rechte Himmel sei, der sich mit einem runden Zirk ganz lichtblau oben über den Sternen schließt. In Meinung, Gott habe allein da innen sein sonderliches Wesen und regiere nur in Kraft seines heiligen Geistes in dieser Welt. Als mir aber dieses gar manchen harten Stoß gegeben hat, ohne Zweifel von dem Geiste, der der Lust zu mir hat gehabt, bin ich endlich in eine gar harte Melancholei und Traurigkeit geraten, als ich anschauete die große Tiefe dieser Welt. Dazu die Sonne und Sternen und betrachtete in meinem Geiste die ganze Schöpfung dieser Welt. Dazu betrachtete ich das kleine Fünklein des Menschen, was er doch gegen diesem großen Werke Himmels und Erden vor Gott möge geachtet sein. Weil ich aber befand, dass in allen Dingen Böses und Gutes war, Liebe und Zorn, in den Elementen sowohl als in den Kreaturen, und dass es in dieser Welt dem Gottlosen sowohl ginge als dem Frommen, auch dass die barbarischen Völker die besten Länder ihnen hätten und dass ihnen das Glück noch wohl mehr beistünde als den Frommen, ward ich derowegen ganz melancholisch und hochbetrübet und konnte mich keine Schrift trösten. Hier tritt ein Wesenzug Jakob Bömes hervor. Der melancholische, tiefgläubige, kluge und empfindsame Handwerker, der angesichts des religiösen Hadas und des beängstigenden und gewalttätigen Weltwahnsinns seiner Zeit weder in der Heiligen Schrift noch in den Trostbüchern christlicher Mystik eine Antwort findet, erweist sich, in spirituellem Sinne, als ein Kämpfer, als einer, der nicht nachgibt. Wie Ramakrishna, der große indische Heilige des 19. Jahrhunderts, in der entscheidenden Nacht seines Lebens bereit war, sich das Opferschwert der Göttin Kali an die Kehle zu setzen, wenn die Göttin sich ihm nicht zeigte, wirft sich der junge Mann in die innere, die königliche Schlacht. Als ich aber in solcher Trübsal mein Geist, obwohl ich wenig oder nichts verstund, was er war, ernstlich in Gott erhub, wie mit einem großen Sturme, und mein ganz Herz und Gemüte samt allen anderen Gedanken und Willen sich alles darein schloss, mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu ringen, in Willens das Leben daran zu setzen, und nicht nachzulassen, er segnete mich denn. Das ist, er erleuchte mich mit seinem heiligen Geiste, damit ich seinen Willen möchte verstehen und meiner Traurigkeit loswerden. So brach der Geist durch, bis in die innerste Geburt der Gottheit, und ist allda mit Liebe umfangen worden, wie ein Bräutigam seine Liebebraut umfängt. Was aber für ein Triumphieren im Geiste gewesen, kann ich nicht schreiben oder reden. Es lässt sich auch mit nichts vergleichen, als nur mit dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird, und vergleicht sich mit der Auferstehung von den Toten. In diesem Lichte hat mein Geist alsbald durch alles gesehen und an allen Kreaturen, sowohl an Kraut und Gras, Gott erkannt, wer der sei und wie der sei und was sein Wille sei. Denn ich sah und erkannte das Wesen aller Wesen, den Grund und Ungrund, auch die Geburt der heiligen Dreifaltigkeit, das Herkommen und den Urstand dieser Welt und aller Kreaturen durch die göttliche Weisheit. Ich erkannte und sah in mir selber alle drei Welten als erstens die göttliche, englische oder paradeisische und dann zweitens die finstere Welt als den Urstand der Natur zum Feuer und zum dritten diese äußere, sichtbare Welt als ein Geschöpf und Ausgeburt oder als ein ausgesprochen Wesen aus diesen beiden inneren geistlichen Welten. Der Blick in die Tiefe des Mysteriums wird Jakob Böhmes weiteres Leben bestimmen. Es ist ein Schicksalsblick, nicht nur für das Daseinsgefühl des jungen Handwerkers. Denn er wird von dem Impuls ergriffen, seine Vision schriftlich festzuhalten. Auch so ist alsbald in diesem Lichte mein Willen gewachsen, mir solches für ein Memorial aufzuschreiben, wiewohl ich es in meinem äußeren Menschen gar schwerlich ergreifen und in die Feder bringen konnte. Ich weiß auch gar wohl, dass die Kinder des Fleisches meiner spotten und sagen werden, ich sollte meinen Beruf abwarten und um diese Dinge mich unbekümmert lassen und mich lieber dessen fleißiger annehmen, was mir und dem meinigen den Bauch füllt und diejenigen philosophieren lassen, die es studiert haben und dazu berufen sind. Dass ich mir oft vorgenommen habe, es zu unterlassen, aber mein Vornehmen ist mir zu schwer geworden. Denn, wenn ich dem Bauche nachgedacht und mich entschlossen habe, dieses mein Vorhaben zu unterlassen, als dann hat sich meine Seele geängstet, als sollte der Leib zugrunde gehen. Weil ich aber spüre, dass mein ewiges Heil darauf steht und dass mir durch mein Nachlassen die Pforten des Lichtes zugeschlossen würden, welches doch die Festung meines Himmels ist, welche ich doch mit großer Mühe und manchem harten Sturme durch die Liebe Gottes erobert habe, so will ich Gott walten lassen und meine fleischliche Vernunft gefangen nehmen. Ich habe mir die Pforten der Erkenntnis des Lichtes erwählt und will des Geistes Trieb und Erkenntnis nachfahren und sollte gleich mein Leib an dem Bettelstab gereichen oder gar zugrunde gehen. So frage ich nun weiter nichts danach. Zwölf Jahre vergehen. Jakob Böhme betreibt sein Handwerk und obwohl wir darüber nichts wissen, ist anzunehmen, dass er zu schreiben beginnt oder zu schreiben versucht. Er nimmt Teil an den Regendiskursen der Stadt und er lernt Gleichgesinnte kennen, Gottsucher wie er. Einige gehören zum politisch und religiös unabhängigen schlesischen Landadel, bei denen er das Leder für seine Werkstatt kauft. Er liest viel und er grübelt, betet und meditiert. In welche inneren Kämpfe er nach seiner großen Erfahrung eintritt, beschreibt er im 19. Kapitel seines ersten Buches. Weil ich aber nicht alsbald die tiefsten Geburten Gottes in ihrem Wesen konnte fassen und in meiner Vernunft begreifen, so hat sich's wohl zwölf Jahre verzogen, ehe mir ist der rechte Verstand gegeben worden und ist gegangen wie mit einem jungen Baume, den man in die Erde pflanzet. Der ist erstlich jung und zart und hat ein freundlich Ansehen, sonderlich, wenn er sich zum Gewächse wohl anlässe. Er trägt aber nicht alsbald Früchte und ob er gleich blühe, so fallen sie doch ab. Es geht auch mancher kalte Wind, Frost und Schnee darüber, ehe er wächst und frucht trägt. Also ist's diesem Geiste auch gegangen. Das erste Feuer war nur ein Samen, aber nicht immer ein beharrlich Licht. Es ist seit der Zeit mancher kalte Wind darüber gegangen, aber der Wille ist nie verloschen. Im Jahre 1610 wird er ein drittes, entscheidendes Mal über die Grenzen seines Bewusstseins hinausgeführt. Ein geistiger Durchbruch, der ihm zugleich Bestätigung seiner Suche und Anlass seiner Autorschaft wird. Abraham von Frankenberg schreibt über die Erfahrung und ihre für das Leben Bömes schicksalhaften Folgen. Aber nach dem im Verborgenen wirkenden heiligen Rat und Willen Gottes wird er nach zehn Jahren, nämlich 1610, durch Überschattung des Heiligen Geistes zum dritten Mal von Gott berühret und mit neuem Licht und Recht begnadet und bekräftiget. Zu Beginn des Jahres 1612 beginnt Jakob Böhme mit der Niederschrift seines ersten, fast 400 Seiten umfassenden Textes. Morgenröte im Aufgang Das ist die Wurzel oder Mutter der Philosophie, Astrologie und Theologie aus rechtem Grunde. Oder Beschreibung der Natur, wie alles gewesen und im Anfang worden ist, wie die Natur und Elemente kreatürlich worden sind, auch von den beiden Qualitäten, Bösen und Guten, woher alle Dinge seinen Ursprung hat und wie es jetzt steht und wirkt und wie es am Ende dieser Zeit werden wird, auch wie Gottes und der Höllenreich beschaffen sind und wie die Menschen in jedes kreatürlich wirken. Alles aus rechtem Grunde und Erkenntnis im Wahlen Gottes mit Fleiß gestellet durch Jakob Böhme in Görlitz im Jahr Christi 1612, seines Alters 37 Jahr, Dienstag nach Pfingsten. Im Sommer 1612 ist die Morgenröte im Aufgang auf 26 Kapitel gediehen. Wie offen der Dialog zwischen Böhme und seinem Bekannten zu diesem Zeitpunkt bereits ist, lässt sich an dem Umstand erkennen, dass er sein noch unvollendetes Manuskript einem ihm befreundeten Landedelmann Karl Ender von Sercha zu lesen gibt. Ender erkennt das Außerordentliche des Textes. Er lässt Abschriften anfertigen und im Kreise Gleichgesinnter kursieren, ohne dass der Autor davon weiß. Im Frühjahr 1613 verkauft Böhme seine Schuhbank am Untermarkt und verlegt sich mit seiner Frau Katharina auf den Garn- und Tuchhandel, der ihm die Möglichkeit gibt, in der näheren Umgebung zu reisen und im Kontakt mit Bekannten, Freunden und anderen Gleichgesinnten zu bleiben. Ein Exemplar der Abschriften der Morgenröte gerät, vermutlich durch einen Denunzianten, im gleichen Jahr in die Hände des Görlitzer Oberpfarrers Gregor Richter, der gar nicht anders kann, als die Tatsache, dass ein Laie in selbstbewusstem und durchaus polemischem Ton über höchste Dinge schreibt, als offenes Vergehen gegen Luthers Sola Scriptura zu werten. Allein die Heilige Schrift enthält die ganze Lehre, die christliche Offenbarung ist abgeschlossen. Das erste Kapitel von der Erforschung des göttlichen Wesens in der Natur von beiden Qualitäten Du musst aber deinen Sinn all hier im Geist erheben und betrachten, wie die ganze Natur mit allen Kräften, die in der Natur sind, dazu die weite, tiefe Höhe, Himmel, Erde und alles, was darin ist und über dem Himmel, sei der Leib Gottes. Schon in den ersten Worten der Morgenröte im Aufgang zeigt sich Jakob Böhmer als ein Schauender. Sein Zeichen ist der Blick, er ist ein Seher. Sein Denken und seine Sprache spiegeln die ungeheure lebendige Sprache der großen Natur. Sie ist neben der Bibel das Buch, das er liest. Und schon in diesem ersten Text wird die Vision deutlich, die er in den wenigen Jahren, die ihm noch bleiben, in sprachliche Formen zu bringen versucht. Es ist alles in Gott, die Himmel, die Erden, die große Natur, Fleisch und Blut, Gut und Böse, Licht und Finsternis, Zeit und Ewigkeit. Und schon in diesem ersten Text erweist sich Böhmer als rhetorisch begabter und starker Sprachgestalter, der, als hätte er geahnt, was über ihn hereinbrechen würde, mit dem klaren Bewusstsein eines Berufenen sein Schreiben rechtfertigt und sich auf die biblischen Propheten beruft. Wenn nun Meister Klügling über dieses Buch kommen wird, der wird Widerpart halten, gleich wie das Himmel und Höllenreich wieder einander wallet und ist. Erstlich wird er sagen, ich sei viel zu hoch in die Gottheit gestiegen. Mir gezieme solches nicht. Danach wird er sagen, ich rühme mich des Heiligen Geistes. Ich müsste auch also leben und solches mit Wunderwerken beweisen. Zum Dritten wird er sagen, ich tue solches aus Begierde des Ruhms. Zum Vierten wird er sagen, ich sei nicht gelehrt genug dazu. Zum V. wird ihn die große Einfalt des Autoris sehr ärgern. Wie denn der Weltbrauch ist, nur auf das Hohe zu sehen und sich an der Einfalt zu ärgern. Denen parteiischen Klüglingen will ich entgegensetzen. Die Altväter in der Ersten Welt, die waren auch nur geringe, verachtete Leute. Auch als Messias Christus, der Held im Streit, in der Natur ein Mensch ward, ob er gleich ein Fürst und König der Menschen war, so hielt er sich doch in dieser Welt in großer Einfalt und war nur der Welthausgenoss. Sowohl auch seine Apostel waren allesamt nur arme, verachtete Fischerknechte und Läutlein. Also auch kann ich von mir selbst nichts sagen, rühmen oder schreiben als das, dass ich bin ein einfältiger Mann, dazu ein armer Sünder. Ich bin auch nicht in den Himmel gestiegen und habe alle Werke und Geschöpfe Gottes gesehen, sondern derselbe Himmel ist in meinem Geiste offenbart, dass ich im Geist erkenne die Werke und Geschöpfe Gottes. Auch so ist der Wille dazu nicht mein natürlicher Wille, sondern es ist des Geistes Trieb. Der Pastor Primarius schlägt Alarm und wendet sich an den Bürgermeisters Kultetus, in dessen die Arien sich am 26. Juli 1613 ein Eintrag findet, dem zu entnehmen ist, dass von der Sache nicht viel Aufhebens gemacht wird und dass Jakob Böhme wohl nicht mehr als eine Stunde im Ratsgefängnis verbringt, während ein Ratsbote das Manuskript der Morgenröte aus seinem Wohnhaus holt. Er wird es nie wiedersehen. Und Kultetus erteilt ihm Schreibverbot. Zwei Tage später stellt sich heraus, dass der oberste Glaubenshüter der Stadt es nicht bei dem Verweis des Bürgermeisters bewenden lässt. Von der Kanzel der Görlitzer Hauptkirche St. Peter und Paul herab schlägt der cholerische Gregor Richter verbal auf den Provokateur ein, der mit seiner Familie vor ihm auf einer der Kirchenbänke sitzt und nennt ihn einen Ketzer, einen Teufelsdreck und Antichrist. Weitere zwei Tage später bestellt Richter den Schuhmachermeister zu einem geistlichen Verhör, aus dem der Angeschuldigte allerdings ohne Bestrafung hervorgeht. Das Schreibverbot wird bekräftigt. Während Abschriften der Morgenröte im Aufgang in Schlesien zirkulieren und der Name des Autors ohne sein Wissen an Strahlkraft gewinnt, ist er selber öffentlich gedemütigt, gekränkt und als Ketzer beschuldigt in seiner Stadt vom etablierten Bürger zum stigmatisierten Außenseiter geworden. Er hält sich an das Verbot des Görlitzer Rates, das innere Feuer brennt, aber er stellt sein Licht unter den Scheffel. Er schreibt nicht mehr. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir wissen nicht viel von Jakob Böhm's Leben in den fünf Jahren, die auf das Schreibverbot von 1613 folgen. Die Schuhbank in Görlitz ist aufgegeben, Der Beruf der Autor genießt wird deutlich, als Ende des Jahres 1617 ein Besucherauftritt, den Jakob Böhm durch den Bürgermeister Skultetus schon vor Jahren kennengelernt hatte. Es ist der schlesische Arzt, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist anzunehmen, dass die Begegnung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gleichzeitig mit den umfangreichen Schriften von den dreien Prinzipien göttliches Wesens und vom dreifachen Leben des Menschen. Er versieht den Text mit einer Zuschrift des Autoris, in welcher sich seine vollkommen außergewöhnliche Bewusstseinslage bereits andeutet. Geliebter Herr und guter Freund, auf diese eure Fragen ist der Vernunft nicht möglich zu antworten, denn dies sind die größten Geheimnisse, so allein Gott bewusst sind. Allein, auf das ihr euers Herzensgedanken, ernstes Suchen und Begehren möget erfahren, ist mir gegeben worden, euch zu antworten. Und sollet solches nicht also schwer suchen, es stehet in keiner äußerlichen Vernunft. Aber dem Geiste Gottes ist kein Ding unmöglich, sintemal wir Gottes Kinder sind. So wir dann Gottes Geheimnis sind, sollen wir es darum nicht ansehen, als dürften wir solche Geheimnisse nicht anrühren, wie solches der Antichrist narrert. Denn keiner nimmt sich etwas aus Gottes Geheimnis, es werde ihm denn gegeben. Und so ihr dann solches also heftig suchet, so seid ihr auch die Ursache des Findens. Denn Gott gibt seine Geheimnisse durch Mittel und ohne Mittel. Aber, dass sich niemand rühme, braucht er oft gar schlichte Leute dazu, auf das erkannt werde, dass es von seiner Hand komme. Die Begegnung der beiden Männer macht Balthasar Walter, der später Jakob Böhmis Reise im Jahr 1624 an den kurfürstlichen Hof in Dresden vorbereitet, zu einem entschiedenen Böhme-Propagandisten. Er ist es, der dem Autor den Namen Philosophus Teutonicus gibt. Und er versieht im Laufe der kommenden Jahre die Schriften, vermutlich aus Gründen der Nobilitierung mit lateinischen Titeln. Die 1612 verfasste Erstschrift »Morgenröte im Aufgang« wird zur »Aurora«, die drei Prinzipien göttliches Wesens, zu »Detribus Principiis«. Vom dreifachen Leben des Menschen wird zu »Detriplici vita hominis« und die »40 Fragen von der Seelen« zur »Psychologia vera«. Es wird angenommen, dass der Dialog der beiden Männer unter anderem auch zu einer Anreicherung des böhmischen Wortschatzes mit paracelsischen, kabbalistischen und alchemistischen Begriffen geführt hat, die Böhme in seiner eigenartigen Verbindung von Autodidaktentum und hoher Kraft der Sprachempfindung bisweilen auch irrtümlich interpretiert und sinnwidrig verwendet. So verführt ihn das lateinische »Anima« als »Seelenbegriff« zum »Animalischen« als Ausdruck für das »Seelische«. In späteren Schriften korrigiert er sich dann und unterscheidet »tierische« und »ewige« Seele. Ein weiteres Beispiel ist der Gebrauch des Wortes »Qualität«, das bei Böhme nicht nur »Eigenschaft« bedeutet, sondern auch das immer anders geformte »Quellen« und »Treiben« des Lebendigen. Oft schreibt er einfach nur »Qual«, was zur Folge hat, dass eigenartige und eindrucksvolle Wortkombinationen entstehen, wie zum Beispiel der Begriff »Gottes-Qual«. Diese und andere sprachliche Eigenheiten und Kuriositäten durchziehen fast alle Schriften. Sie sind einer der Gründe dafür, dass sein Werk als einer der schwierigsten Texte der Weltliteratur gilt, in seiner Tiefe noch immer nicht ergründet. Die Zahl der Philosophen, Theologen und Philologen, die sich seither an Böhmes barbarischer Schreibweise abmühen und ärgern, ist groß. In den Augen der Klüglinge, wie Böhme sie nennt, der Gelehrten, der Philosophen, der Kleriker, ist er ein Fantast und ein Ketzer, auf jeden Fall kein Mann von Bildung, ein Handwerker eben, ein Laie, ein Autodidakt. Und das ist Jakob Böhme allerdings, allein in einem wesenhaft wirklichen Sinn. Was er im tiefsten und im höchsten Sinne sucht, findet er in sich selbst. Also habe ich nun geschrieben, nicht von Menschenlehre oder Wissenschaft aus Bücherlernen, sondern aus meinem eigenen Buche, das in mir eröffnet wird. Denn das Buch der edlen Wildnis, das Ebenbild Gottes, hat mir vergönnet zu lesen. Mein Buch hat nur drei Blätter. Das sind die drei Prinzipien der Ewigkeit. Darinnen kann ich alles finden. Ich kann der Welt Grund und alle Heimlichkeit darinnen finden. Ich bedarf kein anderer Buch dazu. Denn das Buch, da alle Heimlichkeit innen lieget, ist der Mensch selber. Er selber ist das Buch des Wesens aller Wesen, dieweilen er die Gleichnis der Gottheit ist. Das große Geheimnis lieget in ihm. Allein das Offenbaren gehöret dem Geiste Gottes. Gott hat meine Seele in eine wunderliche Schule geführt. Und ich kann mir in Wahrheit nichts zumessen, dass meine Ichheit etwas wäre oder verstünde. Denn das Werk in meiner Arbeit ist nicht mein. Ich habe es nur nach dem Maß, als es mir vom Herrn vergönnet wird. Ich bin nur sein Werkzeug, mit dem er tut, was er will. Obwohl oder auch weil Jakob Böhme immer wieder betont, dass sein Schreiben ihm durch göttliche Eingebung möglich geworden ist, hält sich bis heute die Frage, inwieweit er als schriftstellerisch ambitionierter, frommer Autodidakt in eigener krauser Form nichts weiter als das eifrig gelesene Schrifttum seiner Zeit reproduziert und schöpferisch ausfantasiert hat. Paracelsus wird angeführt, auch Kaspar Schwenkfeld und Valentin Weigel oder alchemistische, kabbalistische und rosenkreuzerische Texte und bis heute lautet die unbeantwortete Frage, wo hat der Mann das her? 1619 schreibt Jakob Böhme im zehnten Kapitel seines zweiten Buches von den drei Prinzipien göttliches Wesens über seine schwierige Begegnung mit dem kursierenden, theosophischen, philosophischen und religiösen Schrifttum seiner Zeit, das ihn immer wieder auf sich zurückwarf, auf das, was er sah. 1719 schreibt Jakob Böhme im zehnten Kapitel vieler Meisterschriften habe ich durchsuchet, verhoffend die Perlen zu finden vom Grunde des Menschen, habe aber nicht können finden, danach meine Seele lüsterte. Ich habe auch gar widerwärtige Meinungen gefunden, auch habe ich eines Teils gefunden, die mir das Suchen verbieten. Ich weiß aber nicht, mit was Grunde und Verstande, als dass ein Blinder dem Sehenden die Augen nicht gönnet. Mit diesem Allen ist meine Seele gar unruhig in mir worden und hat sich geängstet, als ein Weib zur Geburt, da doch nichts ist gefunden worden. Bis ich den Worten Christi nachgefahren, der da spricht, ihr müsstet von Neuem geboren werden, wollt ihr das Reich Gottes sehen. Welches mir erst mein Herz verschwerte und vermeinte, es möchte in dieser Welt nicht geschehen, sondern in meinem Abschiede von dieser Welt, dass ich dann erst meine Seele ängstete zur Geburt, welche gerne die Perle geschmecket hätte und sich in diesem Wege viel heftiger zur Geburt gegeben, bis ihr endlich ein Kleinod worden. Dieses gefundene Kleinod, das Jakob Böhmer auch die Perle und den edlen Stein nennt, ist es, das ihm die Rechtfertigung für sein weiteres Schreiben gibt. Es ist die erlebte Anwesenheit des göttlichen Lichtes in der Seele des Menschen, das Zentrum Naturae, das ihn unauflöslich mit dem Innersten der Gottheit verbindet. Jeder Mensch trägt dieses Zentrum in sich, ob er darum weiß oder nicht. Der Geist des Menschen ist nicht allein aus den Sternen und Elementen herkommen, sondern es ist auch ein Funke aus dem Licht und der Kraft Gottes darin verborgen. Der verderbte Mensch ist wohl irdisch, aber er hat das Zentrum Naturae in sich ewiglich. Aus der inneren Sicherheit eines Suchenden, der zum Finder geworden ist, schreibt Jakob Böhmer zu den theologischen und religiösen Streitigkeiten und Kämpfen seiner Epoche. Es hilft kein Schwätzen, dass du viel weißt, von Gott zu reden, und verachtest die Einfältigen, wie die Heuchler auf des Antichrists Tier tun, welche dem Sehenden das Licht verbieten. Es heißet, wie Christus saget. Es sei denn, dass ihr umkehret und werdet als die Kinder. Sonst werdet ihr das Himmelreich nicht sehen ewiglich. Ihr müsstet von Neuem geboren werden, wollt ihr das Reich Gottes sehen. Das ist der rechte Zweck. Es braucht keine Kunst oder Wohlredenheit dazu sein. Du bedarfst auch weder Bücher noch Kunst dazu. Ein Hirte ist so geschickt dazu wie ein Doktor, und noch vielmal besser. Denn er geht eher aus seiner eigenen Vernunft in Gottes Barmherzigkeit. Er hat nicht große Weise Vernunft, darum beratschläget er sich nicht damit. Sondern geht schlicht mit dem armen Zöllner in Tempelchristi, da der Hochgelehrte wohl erst eine Akademiam auf die Nasen setzt und besindet sich erst, in welcher Meinung er will in Tempelchristi eingehen. Er nimmt sich erst Menschenmeinung vor, einer ins Papstsmeinung, der andere in Luthers, der dritte in Calvini, der vierte in Schwenkfels. Und sofort. Es sind der Meinungen kein Ende. O du arme, verwirrte Seele in Babel, was machest du? Was suchen wir denn lange? Lasset uns nur uns selber suchen und kennen. Wenn wir uns finden, so finden wir alles. Wir dürfen nirgends hinlaufen, Gott zu suchen. Auch so können wir ihm keinen Dienst tun. Wenn wir nur uns selber suchen und lieben, so lieben wir Gott. Was wir uns untereinander tun, das tun wir Gott. Wer seinen Bruder und Schwester suchet und findet, der hat Gott gesuchet und gefunden. Wir sind in ihm alle ein Leib mit vielen Gliedern, da ein jedes sein Geschäft hat, sein Regiment und tun. Und das ist Gottes Wunder. 1620 bringt Jakob Böhme in einem Brief an Abraham von Sommerfeld, einen seiner Leser, seine Verwunderung über das eigenartige Schicksal der Morgenröte im Aufgang zur Sprache. Die wütenden Angriffe des Görlitzer Primarius Richter, der nicht aufhört, über den mit Schreibverbot belegten Handwerker öffentlich den Stab zu brechen, haben, wie da alles erwarten, den immer zahlreicher werdenden Abschriften in Schlesien kursierende Schrift auf unfreiwillige Weise publik gemacht und den Ruhm des Autors bereits über die Landesgrenzen verbreitet. Er ist mein Treibhammer, schreibt Böhme später über seinen Widersacher, als ihm die Dramaturgie und schicksalhafte Dialektik dieses eigenartigen Kampfes deutlich wird. Mich wundert auch gleich, wie euer Gestrengen und andere mehr in Schlesien meine Schriften bekommen haben, dann mir derselben keiner bekannt ist, und halte mich doch auch all so stille damit, dass die Bürgerschaft all hier nichts davon weiß und ist ihnen doch nicht gegeben worden zu lesen. Nun erkenne ich doch hiermit Gottes Weg und verstehe, dass es nicht allein in Schlesien auch in anderen Ländern ist bekannt worden, ohne Vorwissen des Autoris, und muss eben sagen, dass der es hat verfolget, der hat es also damit publiziert. Denn mein Rat war, solches mein Leben lang bei mir alleine zu behalten und habe es auch nur für mich geschrieben. Was aber Gott in seinem Rate hat fürgenommen, steht jetzt im Lichte. Darüber ich mich dann in dem äußeren Menschen selber hoch wundere, was doch Gott hiermit meinet und tun will. Sintemal ich mich ganz unwürdig und unverständlich erkenne, und aber doch dem inneren Menschen die größten und höchsten Geheimnisse geöffnet werden, gebe ich euer gestrengen und anderen Liebhabern Gottes in Demut nachzudenken. Denn ich ja mitnichten sagen kann, dass es meines Verstandes und der Vernunft Werk sei, sondern erkenne es für ein Wunder, darinnen Gott will große Dinge offenbaren. Da dann meine Vernunft gleich auch mit zusiert und sich immer mit verwundert. Denn ich habe diese Geheimnisse mein Leben lang nicht studiert, auch fast nichts davon gewußt, denn ich bin ein Laie und soll nun solche Dinge ans Licht bringen, dass allen hohen Schulen ist zu mächtig gewesen, gegen welche ich doch ein Kind bin und weder Kunst noch ihre Weisheit habe und muss schlicht aus einer anderen Schule schreiben. Und das noch größer ist, ist mir die Natursprache eröffnet worden, dass ich kann in meiner Muttersprache die allergrößten Geheimnisse verstehen. Und wiewohl ich nicht sagen kann, ich habe es ergriffen und gelernt, sondern, also lange als die Hand Gottes über mir hält, so verstehe ich es, so sie sich aber verbirge, so kenne ich auch meine eigene Arbeit nicht und bin meine Hände werkfremde worden, damit ich doch sehen möge, wie gar unmöglich es sei, Gottes Geheimnis ohne seinen Geist zu erforschen und zu halten. Darum ich mir dann auch nichts zuschreibe, es ist nicht mein Werk. Ich begehre auch keine menschliche Ehre darum, ich bin nur ein schlechtes, einfältiges Werkzeug. Gott tue und mache, was er will, was er will, das will ich auch, und was er nicht will, das will ich auch nicht. Will er, dass ich es soll wissen, so will ich es wissen, will er aber nicht, so will ich auch nicht. Ich will nichts und tot sein, auf das er in mir lebe und wirke, was er will. Die in diesen und anderen Worten aufklingende und von Jakob Böhme immer wieder zur Sprache gebrachte Demut, Das entschiedene Zurücktreten hinter die Texte wird in der geisteswissenschaftlichen Böhme-Forschung kritisch betrachtet. In einer jüngeren, 2014 veröffentlichten Arbeit über Böhmes Anschauung der Sophia, der von ihm so benannten Weisheit Gottes, heißt es, inzwischen ist derlei als zeittypischer Bescheidenheitstoppos durchschaut, als eine Demutsattitüde dessen, der nur das Werkzeug des Geistes sein will. Jakob Böhme hat immer aufs Neue dargestellt und zu bekräftigen versucht, dass seine Schriften nicht auf intellektuell-reflexiven Wegen und nicht aus spekulativen Nachsinnen über philosophische und religiöse Grundfragen seiner Zeit entstanden sind, sondern durch Offenbarungen. Das sorgt für Irritationen. Gleichzeitig ist die geheimnisvolle Quelle seiner Schriften auch die Ursache einer nicht erlöschenden Faszination. Rätsel geben die Quellen seines Wissens auf. Ein Wissen aus dem Nichts, dessen Aufnahme er selbst mit Visionserlebnissen verbindet. Warum wird das Wunderbare seiner Wissensaneignung so von Böhme und seinen Anhängern hervorgehoben? In einer säkularisierten und von den mathematischen Naturwissenschaften fundamental dominierten Zeit wie der Unseren, die sie dem Geistigen gegenüber, sofern es die Heiligkeit des Geistes betrifft, indifferent zeigt, ist es eine verständliche Frage. Die Demut des Autors erscheint in diesem Licht als zeitüblicher rhetorischer Kunstgriff, der den Schriften das Gewicht göttlicher Autorität verleihen soll. Aber wovon genau spricht Jakob Böhme, wenn er in seinen Schriften die extreme Bewusstseinsform, die ihm das Sehen und das Schreiben ermöglicht, in immer anderen und immer präziseren Variationen darzustellen versucht? In meinen eigenen Kräften bin ich so ein blinder Mensch, als irgendeiner ist und vermag nichtes. Aber im Geiste Gottes siehet mein ingeborener Geist durch alles, aber nicht immer da beharrlich, sondern, wenn der Geist der Liebe Gottes durch meinen Geist durchbricht, als dann ist die seelische Geburt und die Gottheit ein Wesen, eine Begreiflichkeit und ein Licht. Nicht bin allein ich also, sondern es sind alle Menschen also, es seien gleich Christen, Juden, Türken oder Heiden, in welchem die Liebe und Sanftmut ist, in dem ist auch Gottes Licht. Ich nehme den Himmel zum Zeugen, dass ich all hier verrichte, was ich tun muss, denn der Geist treibet mich dazu, dass ich auch mit ihm gänzlich gefangen bin und mich seiner nicht erwehren kann, vielleicht, was auch immer mir hernach begegnen möchte. Denn ich nehme mein Schreiben und Buch nicht von anderen Meistern, und ob ich gleich viel Exempel und Zeugnisse der Heiligen Gottes darin führte, so ist mir doch solches alles von Gott in meinen Sinn geschrieben, dass ich's ganz ungezweifelt glaube, erkenne und sehe, nicht im Fleisch, sondern im Geiste, im Trieb und Wallen Gottes. nicht also zu verstehen, dass meine Vernunft größer wäre als aller derer, die da leben, sondern ich bin des Herren Zweig, nur ein kleines und geringes Fünklein aus ihm. Er mag mich setzen, wo er hin will, ich kann ihm das nicht wehren. Auch so ist dieses nicht mein natürlicher Wille, den ich aus meinen Kräften vermag, denn so mir der Geist entzogen wird, so kenne oder verstehe ich meine eigene Arbeit nicht. Und ob ich wohl könnte etwas zierlicher und verständiger schreiben, so ist dies die Ursache, dass das brennende Feuer öfters zu Geschwindet treibet, dem muss Hand und Feder nacheilen, denn es geht als ein Platzregen, was es trifft, das trifft es. Wäre es möglich, alles zu ergreifen und zu schreiben, so würde es wohl dreimal mehr und tiefer gegründet, aber es kann nicht sein. So finde ich, dass mein Geist in diesem Wesen, davon ich schreibe, entzündet ist, denn es ist ein lebendig laufend Feuer dieser Dinge in meinem Geiste. Darum, was ich mir auch sonst fürnehme, so quillet doch immer das Ding oben und bin also in meinem Geiste damit gefangen und ist mir aufgelegt als ein Werk, das ich treiben muss. Gott hat mir das Wissen gegeben, nicht ich, der ich, der ich bin, weiß es, sondern Gott weiß es in mir. Wovon ist hier die Rede? Was ist die Hand Gottes, das lebendig laufend Feuer und der treibende Willen? Was ist der Trieb und Wallen Gottes? Was ist das Ding oben, das quillet? Was für ein Geist diktiert dem Schreibenden, was er schreiben soll? Was will sagen, nicht ich, der ich, der ich bin, weiß es, sondern Gott weiß es in mir? Es gibt fruchtbare Ansätze der Deutung. Der kanadische Psychiater Richard Backe zählt in seinem Buch »Kosmisches Bewusstsein«, Jakob Böhme unter die großen Erleuchteten, die eine Wandlung ihres Bewusstseins ins Kosmische erfuhren, wie Laozi, Buddha, Moses, Paulus, Mohammed und Dante. Und der Religionswissenschaftler Ernst Benz verwendet in seinem Text der Prophet Jakob Böhme den von dem indischen Metaphysiker Sri Aurobindo im 20. Jahrhundert geprägten Begriff des supramentalen Bewusstseins für eine Bewusstseinsform, die oberhalb des Spektrums liegt, das dem erkennenden Subjekt normalerweise zur Verfügung steht. Jedenfalls ist für Böhmes Schau charakteristisch, dass sie sich nicht im Blitz als Raptus, sondern als Zustand einer Erhöhung seines Bewusstseins als einen Durchbruch ins Supramentale abspielte, der längere Zeit, also nicht nur Sekunden, sondern Minuten und Stunden anhielt und indem er später auch seine Schriften niederschrieb. Das weist darauf hin, dass es sich hier nicht um Momente einer blitzartigen Entraffung handelt, sondern um länger anhaltende Zustände einer Erhöhung des Bewusstseins, in denen er nicht außer sich, sondern bei sich war, auch die Dinge um sich und in sich wahrnahm, sie nur in einem besonderen Lichte und in einer besonderen Transparenz ihres Wesens erblickte. 1620, vier Jahre vor seinem frühen Tod, gibt Jakob Böhme in dem bereits zitierten Brief an Abraham von Sommerfeld einen weiteren Hinweis. Er schreibt über die kritische, bequälende Zeit der Prüfungen und Selbstprüfungen, die er nach der Konfiszierung der Morgenröte im Aufgang und dem erteilten Schreibverbot zu durchleiden hatte. Hatte mich auch nach der Verfolgung erwogen, nichts mehr zu machen, sondern als ein gehorsamer Gott Stille zu erhalten. Aber es ging mit mir, gleich als wenn ein Korn in die Erde geseelt wird, so wächst das hervor in allem Sturm und Ungewitter, da im Winter alles wie tot ist und die Vernunft spricht, es ist nun alles hin. Also grünete das edle Senfkorn wieder hervor in allem Sturm unter Schmach und Spott als eine Lilie und kam wieder mit hundertfältiger Frucht, dazu mit sehr tiefer und eigentlicher Erkenntnis und mit feurigem Trieb. Aber mein äußerer Mensch wollte nicht mehr aufschreiben, sondern war etwas blöde, bis es auch dahin kam, daß der Innere den Äußeren gefangen nahm, da dann das größte Mysterium erschien. Da verstand ich Gottes Rat und warf mich derowegen in Gottes Willen, wollte auch nichts denken oder dichten aus der Vernunft, auch ließ ich der Vernunft keinen Raum mehr und stellete meinen Willen also, daß meine Vernunft sollte sein als Tod und er, der Geist Gottes, sollte machen, was er wollte. Ich wollte in der Vernunft nichts sein, auf das Sein sei, das Wollen und das Tun. Und als dies geschah, so ward der innere Mensch gewappnet und kriegte gar einen teuren Führer. Dem habe ich meine Vernunft ganz heimgestellt, auch nichts gesonnen oder der Vernunft zugelassen, was ich doch schreiben wollte, ohne das, daß es mir der Geist gleich, als in einer großen Tiefe, im Mysterio auf einem Haufen immer zeigete, aber ohne meinen genugsamen Begriff. Denn die Kreatur ist nicht wie Gott, der alles in seiner Weisheit auf einmal fasset und tut. Es ist dies eine der verschwindend wenigen Passagen in Jakob Böhmes Werk, in welcher er zumindest eine Andeutung über das Außergewöhnliche seiner Quellen, seiner geistigen Position und seiner inneren Erfahrung gibt. So ward der innere Mensch gewappnet und kriegte gar einen teuren Führer. Wir wissen aus der abendländischen und der asiatischen Überlieferung, dass es immer wieder Menschen gegeben hat, die entsprechend der Evolution ihres Bewusstseins eine innere geistliche Führung erlebten, die Einsprache eines Daimon, eines zwischen dem Menschen und dem göttlichen vermittelnden Geistwesens, wie immer man diese Instanz bezeichnen mag. Die christliche und die asiatische Tradition kennen ausführliche Vorstellungen eines von geistig-göttlichen Hierarchien durchstrahlten Kosmos und einer auch auf den Erden Menschen in diesem kosmischen Zusammenhang einwirkenden spirituellen Kraft. Die Kinder Adams, die aus dem Licht Gottes gefallenen, auf fernen Sternen tief in die Mysterien der Materie versunkenen kosmischen Geistmenschen sind in Jakob Böhmes Vision in keiner Weise in der kosmischen Einsamkeit, in der sie sich wähnen. Also, mein liebes, suchendes und begehrendes Gemüte, betrachte dich selber, suche dich und finde dich selber. Du bist Gottes Gleichnis, Bild, Wesen und Eigentum. Wie du bist, also ist auch die ewige Geburt in Gott, denn Gott ist Geist und dein Regiment in deinem Leibe ist auch Geist und ist ausgegangen und geschaffen worden aus Gottes Regiment, denn der Mensch ist das größeste Geheimnis, das Gott gewirket hat. Darum, so man redet vom Himmel und von der Geburt der Elemente, so redet man nicht von fernen Dingen, die weit von uns sind, sondern wir reden von Dingen, die in unserem Leibe und Seele geschehen. Und ist uns nichts näher als diese Geburt, denn wir leben und schweben darinnen, wie in unserer Mutter, reden also nur von unserem Mutterhause. Und so wir vom Himmel reden, so reden wir von unserem Vaterlande, welches die erleuchtete Seele wohl schauen kann und ob's gleich dem Leibe verborgen steht. Und ist unsere ganze Lehre anders nichts, als wie der Mensch in sich soll Gottes Licht Welt entzünden. Diese Einsprache von oben kann sich, wenn sie innere Erfahrung wird, als Verstärkung der Eigenkräfte auswirken oder als Eröffnung innerer Empfindungs- und Erkenntnishorizonte. Und sie kann sich als ergreifende Einstrahlung lichteren Bewusstseins manifestieren, bis hin zu persönlicher, innerlich erlebter geistiger Führung. Legen wir für einen Augenblick die Schwierigkeiten beiseite, die unsere aufgeklärte Epoche der flachen Hierarchien mit dem Wort Hierarchie hat, das von dem griechischen Begriff Hieros Archä kommt und heiliger Ursprung bedeutet, und erinnern wir uns an das Wissen der abendländisch-christlichen Überlieferung. Der Kirchenvater des frühen sechsten Jahrhunderts, bekannt unter dem Namen Dionysius Areopagita, schreibt über das Wirken der Hierarchie auf den Homo Sapiens. Diejenigen, die gereinigt werden sollen, müssen sich zu ihrer lautesten Darstellung führen lassen, sich freimachen lassen von jeder fremdartigen Beimischung. Diejenigen, die erleuchtet werden sollen, müssen sich mit dem göttlichen Lichte erfüllen lassen, emporgeführt zum Zustande des Schauens und zur Kraft des Sehens durch die ganz und gar heiligen Augen des Geistes. Diejenigen, die vollendet werden sollen, müssen sich aus dem Zustande der Unvollkommenheit herausheben lassen, damit sie am vollendenden Wissen der geschauten heiligen Geheimnisse wirklich teilnehmen können. Diese Einsprache von oben ist es, auf die der Autor Böhme immer wieder hinweist. Und die schon zu Lebzeiten des Görlitzer Seers aufgekommene und seitdem immer wieder gestellte Frage nach seinen Quellen findet in diesem Zusammenhang eine Antwort. Jakob Böhme kann als Schüler jener geistigen Hierarchie gesehen werden, die Dionysios Areopagita beschreibt. Hier ist die Quelle des weißglühenden andauernden Lichtes, das in seinen Schriften leuchtet. Er ist ein Seher, der immer wieder Steigerungen und visionäre Vertiefungen seiner Wahrnehmung erlebt, Durchbrüche in kosmisches, supramentales Bewusstsein. Die Strukturen der geistigen Wirklichkeit werden ihm während dieser Steigerungen in einer Art und Weise einsichtig, die ihn dazu befähigt, das Geschaute in hohem Ton und mit großer sprachlicher Gestaltungskraft in Worte zu fassen, in Begriffe, die er dem christlichen, alchemistischen, kabbalistischen, spiritualen und naturphilosophischen Begriffskosmos seiner Zeit entnimmt, so wie sie seiner Wahrnehmung und seinem Sprachempfinden entsprechen. Das macht seine unverkennbare, in Kreisen, Spiralen, Spiegelungen und Schleifen sich bewegende, anstößige Schreibweise aus, die der schwäbische Pietist Friedrich Christoph Oettinger, durch den das Werk Jakob Böhmis den deutschen Romantikern vermittelt wird, mit einem tiefen Kommentar versieht. Es ist wahr, dass er eine Schreibart hat, die der Welt anstößig ist. Gott hat es aber nicht wollen, so unanstößig und rein haben, dass die Welt es nicht missbrauche. In diesem Zusammenhang ist auf die rätselhafte Episode zurückzukommen, die Abraham von Frankenberg zu Beginn seiner Biografie Böhmis erwähnt. Es ist denkbar, dass der Fremde, zwar schlicht bekleidete, doch feine und ehrbare Mann, der den Schumacher-Lehrling aufsuchte, ihn bei Namen rief, obwohl die beiden sich nie begegnet waren und ihm eine bedeutende Zukunft voraussagte, im späteren Leben der geistige Führer Böhmis wurde, der ihn von innen her, im inneren seelischen Raum, beriet und unterwies. Wie hochempfindlich Jakob Böhme in Bezug auf die ihm gewährte geistige Einsprache ist, wie viel ihm daran liegt, dass der Leser nicht wähnt, er selber würde in eigener Vollmacht über höchste und letzte Dinge spekulieren, geht aus einer Passage in seiner zweiten Schrift von den dreien Prinzipien göttliches Er schreibt dort zur Erklärung seines Schreibstils, in dem immer häufiger das Wort wir auftaucht. Nun spricht die Vernunft, wo ist Christus hingefahren? Ist er aus dieser Welt gefahren, hoch über das Gestirne in einen anderen Himmel? Höre, meine liebe Vernunft, neige dein Gemüt in Christo und siehe, ich will dir es sagen, denn wir sehens und wissens, nicht ich, denn so ich rede wir, musst du nicht meinen irdischen Menschen bloß verstehen, denn der Geist, so in dieser Feder treibet, wird mitgenannt, darum schreibe ich und sage, so ich will von mir als vom Autor reden, wir, denn ich wüsste nichts, so der Geist in mir nicht die Wissenschaft aufbliese, und hat auch nichts mögen gefunden werden, als auf solche Weise. Anders wollte der Geist nicht, sondern verbarg sich, da sich dann meine Seele ganz unruhig in mir mit großem Sehnen nach dem Geist erzeigete, bis ich erlernte, wie es wäre. Also sollen auch Gottes Kinder und Diener nicht sagen, mein ist das Wissen, mein ist der Verstand, sondern Gott die Ehre geben und mit ihrem Eröffnen der Wunder Gottes von Zweien reden, als vom Geber und vom Nehmer. Die französische Philosophin Simone Vail hat in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts diese Hingabe an das innere Licht in wenigen Worten umrissen. Die Seele, die es geschafft hat, das Licht zu sehen, muss Gott ihre Augen leihen und sie auf die Welt richten. Unser verschwindendes Ich muss ein Loch werden, durch das Gott und die Schöpfung sich anblicken. Also, ihr lieben Kinder Gottes, die ihr vielen mit Tränen suchet, lasst es euch nur ernst sein. Unser Sehen und Wissen ist in Gott. Er offenbart einem jeden in dieser Welt so viel er will, wie er weiß, dass ihm nützlich gut ist. Denn der aus Gott siehet, der hat Gottes Werk zu treiben. Er soll und muss das treiben, lehren, reden und tun, dass er siehet. Sonst wird ihm das Sehen genommen. Denn diese Welt ist Gottes Sehen nicht wert, aber um der Wunder und Offenbarung Gottes Willen wird manchem gegeben zu sehen, dass der Name Gottes der Welt offenbar werde, welches auch ein Zeugnis über alles gottloses Wesen sein wird, welche die Wahrheit in Lügen verkehren und verachten den Heiligen Geist. Denn wir sind nicht unser selber, sondern dem wir dienen in seinem Lichte. Wir wissen nichts von Gott, er selber, Gott, ist unser Wissen und Sehen. Wir sind ein Nichts, dass er alles in uns sei. Wir sollen blind, taub und stumm sein und kein Leben in uns wissen. Dass er unser Leben und unsere Seele sei und unser Werk sein sei. Unsere Zunge soll nicht sagen, so wir was Gutes getan haben, das haben wir getan, sondern das hat der Herr in uns getan. Sein Name sei hoch gelobet. Aber was tut diese böse Welt jetzt? So einer sagte, das hat Gott in mir getan. So es gleich gut ist, so spricht die Welt. Du Narr, du hast es getan. Gott ist nicht in dir. Du lügst. Also muss der Geist Gottes ihr Narr was ist es denn? Oder wer redet aus dem Lästermunde? Der Teufel, der ein Feind Gottes ist, dass er Gottes Werk zudecke, auf das Gottes Geist nicht erkannt werde, und er, der Fürst dieser Welt, bleibe, bis ins Gericht. Es hat keiner seine eigene Macht, in der Tiefe Gottes etwas zu ergreifen und andere solches zu lehren, sondern sind alle nur Kinder und ABC Schüler. So wir gleich hoch davon schreiben und reden, so ist doch der Verstand nicht unser eigen, sondern des Geistes der Mutter, der redet aus seinen Kindern, was er will. Er offenbart sich in vielen Gestalten, je in einem anders als im anderen, denn seine Wunderweisheit ist eine Tiefe ohne Zahl, und dürft euch nichts wundern, dass die Kinder Gottes nicht einerlei Sprache und Worte führen, denn ein jeder redet aus der Weisheit der Mutter, welcher Zahl ohne Grund und Ende ist. Aber das Zielmaß ist das Herz Gottes, sie laufen alle dahin, und das ist auch die Probe, da ihr sollt erkennen, ob der Geist aus Gott rede oder aus dem Teufel, denn der Teufel hat auch seine Matrix und darinnen seine Kinder, die reden auch aus ihrem Mutter Geist. Hier ist vom Teufel die Rede, von der Gestalt, die in irgendeiner Form in allen Überlieferungen der Weltkulturen erscheint, aber die kein moderner Mensch für voll nimmt, was, wie gesagt wird, die allergrößte List des Teufels ist. Der Teufel, Lucifer, der schönste aller Engel, spielt in dem geistigen Kosmos, den Jakob Böhme wie ein Shakespeare der Metaphysik beschreibt, eine erschütternde Rolle. In der dritten Stunde dieser langen Nacht werden wir uns auch mit dem Teufel beschäftigen. Man ist versucht zu sagen, beschäftigen müssen, denn diese ungeheure rebellische Gestalt verfügt in Jakob Böhmes Vision in unserem alltäglichen Erdenleben über eine nicht unbeträchtliche Macht. Aber kehren wir zunächst zum Philosophus Teutonicus und seinem wundersamen Werk zurück. Es bedarf gelassener Konzentration und geduldiger, liebevoller Versenkung, um Jakob Böhmes Texte zu dekodieren und zu erschließen. Jeder, der sich den Schriften widmet, erlebt das. Wer nicht ermüdet ablässt, wer sich nicht verwirren lässt, wird bis in die Tiefe des Herzens berührt. Und der Reichtum ist unerschöpflich. 1920 schreibt Hermann Hesse, Jakob Böhme ist nicht nur schwer zu lesen, so wie etwa Kant in vielen Kapiteln schwer zu lesen ist. Er ist überhaupt nicht zu lesen, wenn die Einstellung fehlt. Am schwersten kommt der gebildete Viehleser in ihn hinein. Seine Lektüre erfordert, könnte man sagen, gerade dieselben Vorbedingungen wie das mystische Erleben selber. Sie fordert ein vorübergehendes Leerwerden, eine völlig freie Aufmerksamkeit und Seelenstille. In den Stunden, wo diese uns fehlt, spricht Böhme nicht zu uns, ist er uns tot und öde. Denn der Neugierde und dem bloßen intellektuellen Spieltrieb gibt er nichts. Aber in Stunden, wo wir reif für ihn sind, sehen wir in seinem mystischen Abbild der Welt die Sterne kreisen und ordnen uns in seinen Kosmos lebendig mit ein. O du überglänzendes, ewig ausscheinendes Licht! Du hast der äußeren Welt das Licht von dem Hauchen deiner Macht durch die Strahlen deines Lichts gegeben und herrschest mit Sonne und Monde in allen deinen Werken in dieser Weltwesen. Du gebärest alles zeitliche Leben durch diese Lichter. Alles, was Odem hat, wirket und webet in diesen Lichtern und lobet dich in deiner Kraft. Alle Sternen nehmen Licht und Schein von deinem ausgegossenen Glanze. Du ziehrest die Erde mit schönen Kräutern und Blumen durch dieses Licht und erfreuest darin alles, was lebet und wechselt. Und zeigest uns Menschen darin deine Herrlichkeit. Dass wir erkennen deine Kraft, die inwendig verborgen ist, und daran sehen, wie du hast dein ewiges Wort sichtbar und wirkend gemacht. Hoff, dass wir dadurch sollen betrachten dein inwendiges, geistliches Reich, da du im Verborgenen wohnest und alle deine Geschöpfe erfüllst und alles in allem selber wirkest und tust. 1618 bricht der Krieg aus, der Deutschland verwüsten wird. Und Jakob Böhme beginnt mit der weiteren Niederschrift und Ausarbeitung seiner theosophischen Vision. Das Schreiben hält ihn bis zu seinem frühen Tod wie in einem Bann. In erhabener Monotonie, so das schöne Wort Paul Harnkammers, beschreibt und besingt er das, was er sieht. Oft schreibt er außerhalb von Görlitz, zu Gast bei seinen adeligen Freunden und Protektoren, von deren Angeboten, ihn finanziell oder durch Nahrungsmittel zu unterstützen, er nur das Notwendigste in Anspruch nimmt. Es entsteht ein enormes Werk. Bis auf zwei kleine Traktate, die in seinem Todesjahr in Görlitz gedruckt werden, erscheint keine seiner Schriften zu Lebzeiten im Druck, obwohl ihm von Seiten wohlhabender Leser Angebote zur Drucklegung gemacht werden. Der Autor selbst verbietet es und sorgt dafür, dass alles im Heimlichen bleibt. Die Gründe liegen auf der Hand. Das ausgesprochene Schreibverbot gilt immer noch. Und er schreibt nicht, um die kirchliche Obrigkeit anzugreifen. Er schreibt nicht, um als Autor berühmt zu werden. Er schreibt von der einen göttlichen Wirklichkeit, die er sieht. Er schreibt für die Unseren, wie er sie nennt, die gottsuchenden Seelen, die Kinder Gottes. Und er weiß, dass er für die meisten zu früh kommt. 1621 schreibt er an Hans Sigmund von Schweinichen, der seine Schriften zum ersten Mal in den Händen hält, »Wiewohl mich nicht wundert, dass ihm meine Schriften fremd vorkommen, denn es ist ein Neues und ein Fahren über die Vernunft aus. Sie haben eine andere Wurzel, aus der sie quellen. Denn ich habe sie nicht aus Buchstaben zusammengetragen oder gelernet.« Wenn man behutsam den christlichen Begriffsmantel von den Schultern des radikalen Christen Jakob Böhmen nimmt, offenbart sich in seiner Schau ein allbeseeltes und dramatisches Universum, das sich nur an der begrifflichen Oberfläche mit der christlichen Weltanschauung und ihrer Vision der heiligen Dreifaltigkeit lose verknüpft. Wie Paul Harkammer schreibt, wird hier ernst gemacht mit dem Wegreißen aller anthropomorphen Masken des Ewigen. Das gesagt wird von Gott, er sei Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist gar recht gesagt. Allein man muss es erklären, sonst begreift es das unerleuchtete Gemüt nicht. Der Vater ist der Wille des Ungrundes. Er ist außer aller Natur, außer allen Anfängen, der Wille des Etwas. Der Er fasst sich in eine Lust zu seiner Selbstoffenbarung. Die Lust ist des Willens oder des Vaters gefasste Kraft, ist sein Sohn, Herz und Sitz, der erste ewige Anfang im Willen, und wird darum ein Sohn genannt, dass er im Willen einen ewigen Anfang nimmt, mit des Willens Selbstfassung. So spricht sich nun der Wille durch das Fassen aus sich aus, als ein Aushauchen oder als eine Offenbarung. Und dasselbe Ausgehen vom Willen im Sprechen oder Hauchen ist der Geist der Gottheit oder die dritte Person, wie es die Alten gegeben haben. Alhi kann man mit keinem Grunde sagen, dass Gott drei Personen sei, sondern er ist dreifaltig in seiner ewigen Gebärung. Er gebärt sich in Dreifaltigkeit und ist in dieser ewigen Gebärung doch nur ein einig Wesen und Gebärung zu verstehen. Weder Vater, Sohn noch Geist, sondern das einige ewige Leben oder Gut. Drei göttliche Prinzipien, wie Böhme die sich offenbarenden Gewalten nennt, wirken als ineinander lebende, einander entgegengesetzte, miteinander ringende und spielende geistige Mächte. Das erste Prinzip ist Wille, eine Begierde, ein ewig brennendes Feuer schöpferischer, lichtloser Urgewalten, unerlöst, gegeneinander wirkend und in ihrem Selbstbehauptungsdrang in einem rasenden Wüten begriffen, das Böhme in einer genialen Metapher auch als Zorn Gottes oder Angstrat bezeichnet. Das zweite Prinzip ist die Fassung des Willens und die ewige Überwindung des Zorns, ist Sanftmut, Licht, Herrlichkeit und Seligkeit, von Böhme das Freudenreich oder Gottesliebe genannt. Das dritte Prinzip, ausgehaucht und ausgesprochen aus diesen polaren Urgewalten, ist die ewige, alles Leben und alle Wesen gestaltende und erhaltende schöpferische Kraft des Geistes. Ein Allmächtiger, Allweiser, Allwissender, Allsehender, Allhörender, Allriechender, Allschmeckender, Allwissender, Allfühlender, Gott, der da ist, in sich, sänftig, freundlich, lieblich, barmherzig und freudenreich. Ja, die Freude selber. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges hat sich, ausgelöst durch Jakob Böbens Schriften, klandestin und unter dem weltanschaulichen Radar der lutherischen Orthodoxie, außerhalb von Görlitz, in der Lausitz und in Schlesien, ein spiritueller Kreis von Freunden und gegenseitigen Förderern gebildet. Es sind nicht wenige, wie Jakob Böbens Briefwechsel zeigt, den er nach fünf Jahren des Schweigens aufnimmt und bis zu seinem Tode intensiv führt. Über 100 Personen stehen in Verbindung und sind miteinander im Gespräch. Man besucht sich, man schreibt sich, man disputiert und versorgt sich mit den neuesten Publikationen. Unter den Adressaten von Böbens Briefen sind adlige Gutsbesitzer, Verwaltungsbeamte von fürstlichen Höfen, Pfarrer, Richter, Lehrer, Militärs, viele Ärzte, Alchemisten, Naturforscher und Naturphilosophen, Handwerker, pietistische Brüdergemeinde, Rosenkreuzler und Freimaurer. Es sind Suchende, Unzufriedene, Neuerer, Grenzüberschreiter und Inspirierte. Es sind Menschen auf der existenziellen Suche, die sich der inneren Kirche zugehörig fühlen, von der Sebastian Frank und Kaspar Schwenkfeld geschrieben haben. Der Verfasser der Morgenröte im Aufgang wird zum entscheidenden Anreger der geistigen Suche, der Arbeit an sich selbst, wie die Sufis das Ringen und das Erwachen der innersten Kräfte der Seele nennen. Alles, was Jakob Böhm in den Jahren zwischen 1619 und 1624 zu Papier bringt, wird kopiert, im Auftrag und ensuite. Die Manuskripte werden, wie der Görlitzer Historiker Richard Jecht feststellt, den Kopisten aus den Händen gerissen. Wie ein langsames, lautloses, spirituelles Kraftfeld wandern die Schriften des Philosophus Teutonicus durch die Lausitz und durch Schlesien bis hinauf in die Mark, nach Norddeutschland und Niedersachsen und von dort nach Holland und England und in die Welt. Weiß ich's aber nunmehr will gänzlich offenbaren, als wie in einem großen hellen Spiegel, so ist wohl zu vermuten, dass der große Tag der Offenbarung nunmehr vorhanden ist, da sich die Grimmigkeit und das angezündete Feuer von dem Lichte scheiden wird. Darum soll sich selber keiner stockblind machen, denn die Zeit der Wiederbringung, was der Mensch verloren hat, die ist nunmehr vorhanden. Die Morgenröte bricht an. Es ist Zeit, vom Schlafe aufzuwachen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dass Jakob Böhme von Hegel als der erste deutsche Philosoph geehrt, in seinem eigenen Land weitgehend unbekannt ist, hat viele Gründe. Zum einen hat die Höllenfahrt des 20. Jahrhunderts eine lebendige Verbindung zu unserer eigenen spirituellen Tradition zerstört. Zum anderen liegt die Schwierigkeit in der eigenwilligen, von kabbalistischen und alchemistischen Begriffen durchzogenen Sprache des riesigen Werks, das vor allem nur in Auszügen und Auswahlbänden vorliegt. Weiterhin liegen Jakob Böhmes Kosmologie und Theosophie, seine Erkenntnis der dunklen Seite der Gottheit, des Widerspruchs, aus dem die Schöpfung lebt, seine Erkenntnis des göttlich-weiblichen in der herrlichen Gestalt der Sophia, der göttlichen Weisheit, seine Luzifer-Mythologie und seine Lehre vom androgynen Urmenschen und dessen Fall in die Selbheit fiel zu weit ab von den überlieferten Gottesbildern, nicht nur des Christentums, und den vernunftzentrierten Menschenbildern der Aufklärung, die sich in der Moderne durchgesetzt haben, und deren Scheitern wir gerade durchleben. Böhmes verborgene, hintergründige Wirkung, nicht nur auf die deutsche Geistesgeschichte, ist von einem anderen großen Deutschen, der ungleich populärer geworden ist, präzise beschrieben worden, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Die Rede ist von Goethe, dem der Böhmeverehrer Novalis den Beinamen der Böhme von Weimar gab. In den Gesprächen mit Eckermann gibt es eine Aufzeichnung von 1828, in welcher Eckermann beschreibt, wie er sich anlässlich einer abendlichen Tafelrunde im Haus am Frauenplan vehement für eine allgemeine Verbreitung von Goethes Schriften einsetzt. Goethe nimmt Eckermann beiseite, und seine Antwort kann für Jakob Böhme gelten. Ich will Ihnen etwas vertrauen, dass Sie sogleich über vieles hinaus helfen und dass Ihnen lebenslänglich zugute kommen soll. Meine Sachen können nicht popular werden. Wer daran denkt und dafür strebt, ist in einem Irrtum. Sie sind nicht für die Masse geschrieben, sondern nur für einzelne Menschen, die etwas Ähnliches wollen und suchen und die in ähnlichen Richtungen begriffen sind. Das gilt uneingeschränkt auch für die Schriften Jakob Böhmes. Und schließlich hat seine Verborgenheit auch mit ihm selber zu tun, mit der innersten Richtung seiner Arbeit als Autor, dass er weiterhin für die meisten ein Unbekannter ist. So schreibt er im elften Kapitel seines Erstlings, Morgenröte im Aufgang. Nicht schreibe ich mir dieses zu lobe, sondern darum, dass der Leser wisse, worin meine Wissenschaft steht, damit er nicht einen anderen bei mir suche, der ich nicht bin. Sondern der ich bin, der sind alle Menschen, die in Christu Jesu, unserem Könige, ringen nach der Krone der ewigen Freuden und leben in der Hoffnung der Vollkommenheit. Jakob Böhme hat nicht für die vielen geschrieben. Und er wird auch nie das große Publikum erreichen, wie im Sommer 2019 zu lesen war. Er hat für Menschen geschrieben, die mit Goethe etwas Ähnliches wollen und suchen und die in ähnlichen Richtungen begriffen sind. So spricht er in seinen Texten immer wieder in Nebenbemerkungen von den Unseren, für die er schreibt, die gottsuchenden Seelen, die Kinder der Geheimnis, wie er sie nennt. In einem 1620 geschriebenen Brief an Balthasar Walter kritisiert Böhme seinen Freund und Propagandisten für die ihm unangemessen erscheinende Verbreitung seiner Schriften. Mein Schreiben ist an euch und tue euch aus hohem Bedenken christlicher und guter Meinung erinnern, dass ihr doch meine Schriften nicht einem jeden Wollet in die Hände geben. Denn sie sind nicht jedermanns Speise. Meine Schriften dienen nicht für den vollen Bauch, sondern für einen hungrigen Magen. Sie gehören den Kindern der Geheimnis, zumal in denselben viel edele Perlen verschlossen und auch offenbar liegen. Ich habe dieselben auch nicht geschrieben für den Idioten oder für den Klugen, sondern für mich selbsten. Und für denjenigen, an welchen Gott dieselbe wird, in Verstand geben. Dasselbe Gewächs stehet in Gottes Macht. Darum bitte ich, mit meinen Schriften weislich zu handeln, auch meinen Namen zu verschweigen, bis das endlich die finstere Nacht kommt, wie mir ist gezeiget. Als dann soll das Perlein gefunden werden. In der Vorrede zu seinem zweiten Werk von den dreien Prinzipien göttliches Wesens kommt diese Selbstbewahrung und Abgrenzung Böhmes in drastischen Worten zum Ausdruck. Ob sich's aber nun zutrüge, dass diese Schriften möchten gelesen werden und vielleicht die sodomitische Welt und derselben Mastseue darüber kommen und in meinem Lustgarten wühlen, welche nichts können wissen noch verstehen, als lästern und hochmythisch auskavilieren, kennen also weder sich selber noch Gott, viel weniger seine Kinder. So will ich doch denselben Nichts geschrieben haben und beschließe mein Buch mit einer festen Mauer vor solchen Idioten und wilden Teufelskälbern, welche doch nur ins Teufelsmordgruben sitzen bis über die Ohren und kennen sich nicht, tun eben das, was der Teufel ihr Lehrmeister tut und bleiben Kinder des grimmen Zornes Gottes. Will aber den Kindern Gottes hierinnen klar genug geschrieben haben. Es wird eine Zeit kommen, die ist wunderlich, weil sie aber in der Nacht anfänget, werden sie ihrer vielen nicht sehen, wegen des Schlafs und der großen Dunkelheit. Jedoch wird den Kindern die Sonne inmitten der Nacht scheinen. Dies vorausgeschickt werden wir in der letzten Stunde dieser langen Nacht einige weitere behutsame Blicke auf Jakob Böhmes Werk tun, vor allem auf seine Vision des Menschen auf dieser Erde und im Kosmos. Bedenkenswerterweise eröffnet er die Vorrede seiner nach fünf Jahren des Schweigens 1619 verfassten zweiten Schrift von den dreien Prinzipien göttliches Wesens mit einer Reihe von Fragen, die ausschließlich den Menschen betreffen und die für die Menschwerdung unerlässliche Willenswendung des Bewusstseins nach innen. Es kann sich ein Mensch vom Mutterleib an im ganzen Lauf seiner Zeit in dieser Welt nichts führen nehmen, dass ihm nützlicher und nötiger sei als dieses, dass er sich selbst recht lerne erkennen. Erstens, was er sei, zweitens, woraus oder von wem, drittens, wozu er geschaffen worden und viertens, was sein Amt sei. In solcher ernstlichen Betrachtung wird er anfänglich erstens befinden, wie er samt allen Geschöpfen, die da sind, alles von Gott herkomme. Wird auch in allen Geschöpfen finden, zweitens, wie er die alleredelste Kreatur unter allen Geschöpfen sei. Daraus er denn wohl kann befinden, drittens, wie Gott gegen ihn gesinnet sei, die, weil er ihn zum Herrn über alle Kreaturen dieser Welt gemacht und ihn über alle Kreaturen mit Sinn, Vernunft und Verstand begabet, für nämlich mit der Sprache, dass er alles, was tönet oder sich reget, beweget, webet und wechselt, kann unterscheiden und von jedes Tugend, Treiben und Herkommen richten und das alles unter seine Hände getan, dass er durch seine Sinne und Vernunft solches alles kann bändigen und nach seinem Willen brauchen und treiben, wie es ihm gefällt. Ja, noch mehr höhere und größere Erkenntnis hat ihm Gott gegeben, dass er kann allen Dingen ins Herze sehen, was Essenz, Kraft und Eigenschaft sie haben, es sei gleich in Kreaturen, in Erden, Steinen, Bäumen, Kräutern, in allen bewegenden und unbewegenden Dingen, sowohl auch in Sternen und Elementen, dass er weiß, wess Wesens und Kraft die sind. Überdies alles hat Gott ihm den Verstand und die höchste Sinnlichkeit gegeben, dass er kann Gott, seinen Schöpfer, erkennen, was, wie und wer er sei, auch wo er sei, woraus der Mensch geschaffen worden und herkommen sei und wie er des ewigen, ungeschaffenen und unendlichen Gottes Bilder, Wesen, Eigentum und Kind sei, wie er aus Gottes Wesen geschaffen worden, in dem Gott sein Wesen und Eigentum hat, Die Vision des kosmischen inneren Menschen, die Jakob Böhme in seinen Schriften darstellt, ist eine Kostbarkeit ohnegleichen. Wie alles wirkliche Geheimnis ist dieser Schatz dem Bewusstsein der Gegenwart verborgen und vermutlich nur wenigen Menschen bewusst und zugänglich. Aber die hellen Strahlungen, die von dem Bild ausgehen, deuten sich in unserer Gegenwart bereits an, im freien Kosmos menschlichen Erkennens. In der ersten Stunde dieser langen Nacht sprachen wir von der geheimnisvollen Doppelnatur des Menschen, der äußere und der innere Mensch, die Conditio Humana. Was und wer der innere Mensch ist, was seine Herkunft ist, in welcher Lage er sich auf dieser Erde findet und wie er in dieselbe hineingeraten ist, darüber hat kein Autor tiefer und ausführlicher gesprochen als Jakob Böhme. Hören wir zunächst seine Vision des himmlischen Menschen als Ebenbild Gottes, geboren im Reich der Himmel, in der ewigen Natur, von der die irdische Natur, die wir kennen, in all ihrer Schönheit nur eine blasse, von Gegensätzen zerrissene Abstraktion ist. Vor den Zeiten der Welt ist das Modell des Menschen als eine Form in göttlicher Weisheit erkannt worden, aber in keinem Geschöpf oder Bilde gestanden, sondern auf magische Art, wie einem im Traum ein Bildnis erscheinet, welches ohne Wesen ist. Aber die Tiefe ohne Grund lüsterte sich in Gleichnissen zu offenbaren, wie in einer jungfräulichen Figur, ein Spiegel der Gottheit und Ewigkeit, in Grund und Ungrund, ein Auge der Herrlichkeit Gottes. Und nach demselben Auge und in demselben Auge wurden die Thronen der Fürsten geschaffen, wie der Engel und endlich der Mensch. Adam war ein Mensch und ein Bilde Gottes, ein ganz Gleichnis nach Gott. Das Licht schien in ihm. Er stund in großer Schönheit, Freude, und Lust in einem kindlichen Gemüte. Sein Kleid war die Klarheit in der Kraft Gottes. Sein Sehen war Tag und Nacht mit aufgesperrten Augen, ohne Wimpern. In ihm war kein Schlaf und in seinem Gemüte keine Nacht, denn in seinen Augen war die göttliche Kraft und er war ganz und vollkommen. Er war ein Mensch und nichts wehne. Er war der Mann und auch das Weib und sollte ein Engelsreich aus sich gebären. Er hatte Fleisch und Blut, aber himmlisch. Seine Essenzien waren heilig. In allen Menschen liegt das Himmelsbild, aber im einen lebt's, im anderen ist es unlebhaft. Ach, dass wir uns nicht kennen. O du edler Mensch, wenn du dich kennetest, wer du bist, wie solltest du dich freuen? Clara kann nicht benannt werden, worin die vielbeschworene Würde des Menschen gründet. Jakob Böhmes Vision ist überzeitlich, ein Bild des Menschen, das immer da ist, unabhängig davon, ob es wahrgenommen wird oder nicht. Was in seinen Schriften vorliegt, ist ein Blick von oben, der unseren gegenwärtigen Erkenntnissen über den Homo Sapiens weit vorausgreift. Es ist nach dem Verlust unserer geistigen Tradition eine Wiederbringung und eine Verheißung. Sie hat prophetische Bedeutung für die Mutation unseres Bewusstseins, die wir gerade durchleben, für unser Selbstverständnis und für die Erkenntnis der Aufgabe des kosmischen Menschen auf dieser Erde. Wir zeigen euch dieses, dass das ewige Wesen gleich ist einem Menschen und diese Welt ist auch gleich einem Menschen. Diese Welt ist das große Mysterium und ist der Mensch darum in diese Welt geschaffen worden als ein weiser Regent desselben, dass er soll alle Wunder eröffnen und nach seinem Willen in Formen, Figuren und in Bildnissen bringen, alles zu seiner Freude und Herrlichkeit. Darum hat sich auch der Geist dieser Welt also sehr nach dem Menschen gesehnet und denselben an sich gezogen, dass er möge seine Wunder in ihm erzeigen, dass der Mensch sollte alle Künste und Sprachen in ihm hervorbringen, dazu aus der Erde, aus den Metallen, den Geist und das Herze. Denn dass der Mensch redet und versteht, das kommt nicht aus den Sternen und Elementen, sonst könnten's andere Kreaturen auch. Es kommt dem Menschen aus dem Eingeleibten, geformten Worte Gottes her. Wie ihr nun sehet und empfindet, dass der Mensch ist, also ist auch die Ewigkeit, betrachtet den in Leib und Seele, in Gutem und Bösem, in Freud und Leid, in Licht und Finsternis, in Macht und Unmacht, in Leben und Tod. Es ist Himmel, Erde, Sterne und Elementa, alles im Menschen, dazu die Drei Zahl der Gottheit und kann nichts genannt werden, das nicht im Menschen wäre. Es sind alle Kreaturen im Menschen, in dieser Welt und in der Welt der Engel. Wir sind allzumal mit dem ganzen Wesen aller Wesen nur ein Leib in vielen Gliedern, da in jedes Glied wieder ein Ganzes ist. Glied Das Paradeis ist noch in der Welt, aber der Mensch ist nicht darinnen. In Jakob Böhmes Vision ist jeder Mensch, jeder, der auf Erden atmet, Träger eines Geheimnisses und birgt in sich, in der Tiefe seines Seelenmeeres, die Perle, das unschätzbare Juwel, wie die Taoisten Meister Eckarts göttlichen Funken nennen. Jeder Mensch ist in diesem Blick vor allem ein innerer Mensch, ein unsterbliches Geistwesen, für eine Ewigkeitssekunde verschmolzen mit einem sterblichen Kostüm aus Fleisch und Knochen, durchstrahlt von allen Widersprüchen der Kräfte des Kosmos. Gottes Zorn und Gottes Liebe bestimmen für jede einzelne Seele die Landschaft ihres inneren Himmels. Und jeder Mensch findet, erlebt und erleidet das lebendige Wirken dieser Gewalten in seiner Seele und seiner körperlichen Existenz. Und der Teufel, der verkörperte Eigenwillen, die Selbheit, wie Jakob Böhme die willentliche Ablösung des Geschöpfes von der göttlichen Harmonie nennt, Der Teufel, der erste große Individualist, spielt immer mit. Seine vier Söhne, von denen Böhme sagt, diese regieren jetzt so die Welt, heißen Hochmut, Neid, Geiz und Zorn. Sie halten die Welt im Angstrad. Also ist ein heftiger Streit im Menschen und um den Menschen. Sehet an seinen Wandel, was er tut. Sein Begehren steht vornehmlich in dreien Dingen, und das sind drei Reiche, die regieren ihn auch. Und in welches er fällt, da liegt er. Er begehret erstlich Macht, Ehre und Herrlichkeit. Dass ihn alles soll fürchten und ehren, das ist eben des Teufels Griff. Also ist er auch gesinnet, und dem tut er Genüge, so viel er kann. Und dann zum anderen begehret er Reichtum, Gut und Geld, viel zu fressen und zu saufen. Und wie er das auch krieget, danach fragt er nichts. Das ist der Geist dieser Welt. Der begehret nur Hülle und Fülle, als sein Tier tut. Und dann zum dritten begehret er auch das Himmelreich, Ächzet und wünschet danach, aber in großer Unmacht, Und stehet immer im Zweifel, er sei ein Sünder, Gott wolle sein nicht. Dennoch seufzet er sehnlich danach und wollte gerne selig werden. Er betet und zweifelt doch auch, er hoffet und zaget. Er hoffet der Abstinenz und Erlösung von einem Tag zum anderen. Er denkt immer, morgen wird's gut sein. Morgen wirst du Kraft haben, auszugehen in ein anderer Leben. Das treibet er immer da. Unser ganzes Schreiben und Lehren langet nur dahin, Wie wir uns müssen selber suchen, machen und endlich finden. Wie wir müssen gebären, dass wir ein Geist mit Gott sind. Dass Gott in uns sei und wir in Gott. Dass Gottes Liebegeist in uns sei, das Wollen und auch das Tun. Und dass wir der Angstqual entrinnen. Und dass die Lichtwelt in uns der Herr sei, als die das Regiment führe. Dass also die Angstwelt in der Lichtwelt verborgen bleibe, als in Gott auch. Und nur also eine Ursache des Lebens und der Wunder Gottes sei. Sonst, wo wir die Lichtwelt nicht erreichen, So ist die Angstwelt in uns das Oberregiment. So leben wir ewig in feindlicher Qual. Dieser Streit wehret, solange das irdische Leben wehret. Denn, so kein Böses wäre, So würde das Gute nicht erkannt. Es gibt aus Jakob Böhmes Feder zwei späte Texte in Dialogform. Das Gespräch einer erleuchteten und unerleuchteten Seele. Und der Dialog vom übersinnlichen Leben. Letztere ist ein Gespräch zwischen einem geistigen Meister und einem Schüler. In dem Böhme den Weg der Erlösung zur Sprache bringt, Der in nichts anderem besteht, als in der vollkommenen Hingabe all dessen, Was der Mensch in seiner von Gott abgelösten Selbheit als sein Eigen empfindet. Und in das einzugehen, was Jakob Böhme die wahre Gelassenheit nennt. Frage Wie mag ich kommen zu dem übersinnlichen Leben, Dass ich Gott sehe und höre reden? Antwort Wenn du dich magst einen Augenblick in das schwingen, Da keine Kreatur wohnet, So hörest du, was Gott redet. Frage Ist das nahe oder ferne? Antwort Es ist in dir. Und so du magst eine Stunde schweigen, Von all deinem Wollen und Sinnen, So wirst du unaussprechliche Worte Gottes hören. Frage Wie mag ich hören, So ich von Sinnen und Wollen stille stehe? Antwort Wenn du von Sinnen und Wollen deiner Selbheit stille stehst, So wird in dir das ewige Hören, Sehen und Sprechen offenbar. Und höret und siehet Gott durch dich. Dein Eigen hören, wollen und sehen verhindert dich, Dass du Gott nicht siehst, noch hörst. Frage Womit soll ich Gott hören und sehen, So er über Natur und Kreatur ist? Antwort Wenn du stille schweigest, So bist du das, was Gott vor Natur und Kreatur war, Daraus er deine Natur und Kreatur schaffete. So hörest und siehst du es mit dem, Damit Gott in dir sah und hörete, Ehe dein Eigenwollen, Sehen und Hören anfing. Frage Was hält mich dann auf, Dass ich nicht dahin kommen mag? Antwort Dein Eigenwollen hören und Sehen und dass du wieder das strebest, Daraus du kommen bist. Mit deinem eigenen Wollen Brichst du dich von Gottes Wollen ab. Und mit deinem eigenen Sehen Siehst du nur in dein Wollen. Und dein Wollen Verstopfe dir das Gehör mit Eigensinnlichkeit Mit irdischer, natürlicher Dinge Und verführe dich in einen Grund ein Und überschattet dich mit dem, Das du willst, Auf das du nicht magst Zu dem Übernatürlichen, Übersinnlichen Kommen. Am Ende der dritten Stunde dieser langen Nacht Über den Philosophus Teutonicus Kehren wir noch einmal zu seinem Erstlingswerk Morgenröte im Aufgang zurück Im 13. Kapitel Findet sich eine Darstellung seiner Vision Der Geburt Gottes In welcher die Grundstrukturen seiner Schau Erscheinen Die drei Prinzipien des göttlichen Wesens Und die sieben Gestalten der ewigen Natur Was er sieht Ist von den Dogmen und Gottesbildern seiner Zeit Und auch unserer Zeit Lichtjahre entfernt Man muss die Vision des biblischen Propheten Ezechiel zitieren Um in der Literatur ein vergleichbares Beispiel zu finden Hören wir diesen Versuch Jakob Böhmes Das Unbeschreibliche zu beschreiben In einer Polyphonenrealisation Die in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist So ich dir aber die Gottheit In ihrer Geburt soll beschreiben In einem kurzen, runden Zirkel Recht in der höchsten Tiefe So ist sie also Gleich als wenn ein Rad vor dir stünde Mit sieben Rädern Da je eines in das andere gemacht wäre Also dass es auf Erden gehen könnte Vor sich und hinter sich und quer ich Und bedürfte keiner Umwendung Und so es ginge Und so es ginge Dass immer ein Rad in seiner Umwendung das Ander gebäre Und doch keins verginge Sondern alle sieben sichtlich wäre Und die sieben Räder gebären immer die Narben inmitten Nach ihrer Umwendung Dass also die Narbe frei ohne Veränderung immer bestünde Die Räder gingen gleich vor sich Oder hinter sich Oder quericht Oder über sich Oder unter sich Und ginge, wohin es der Wind drehte Und bedürfte keiner Umwendung Nun merke, was ich dich bescheide Die sieben Räder sind die sieben Geister Gottes Die gebären sich immer einer den anderen Und ist, wie man ein Rad umwendet Da sieben Räder ineinander wären Wie eine runde Kugel Und dasselbe Rad hätte sieben Räder Und wäre doch nur ein Rad Und ginge immer vor sich Wo es der Wind hintriebe Nun merke Die sieben Räder ineinander Da immer eins das ander gebäret Und auf allen Seiten gehen Und doch keines vergeht oder sich umwendet Das sind die sieben Quellgeister Gottes des Vaters Die gebären in den sieben Rädern In jedem Rad eine Narbe Und sind doch nicht sieben Narben Sondern nur eine Und das ist das Herze Oder der innerste Korpus der Räder Darinnen die Räder umlaufen Und das bedeutet den Sohn Gottes Den alle sieben Geister Gottes des Vaters In ihrem Zirkel immer gebären Und er ist alle sieben Geister Sohn Und sie qualifizieren alle in seinem Licht Und ist inmitten der Geburt Und hält alle sieben Geister Gottes Und sie wenden sich in ihrer Geburt Mit ihm also um Das ist sie steigen nun über sich Oder unter sich Oder hinter sich Und vor sich Oder quericht So ist das Herze Gottes immer inmitten Und schickt sich immer zu jedem Quellgeiste Also ist es ein Herze Gottes Und nicht sieben Das von allen Geistern immer geboren wird Und ist alle sieben Geister Herze und Leben Nun die Speichen Die von der Narben und den Rädern Immer geboren werden Die bedeuten Gott den Heiligen Geist Der aus dem Vater und dem Sohne ausgeht Nun gleich wie der Speichen viele sind Und gehen immer in dem Rade mit um Also ist der Heilige Geist Der Werkmeister in dem Rade Gottes Und formet und bildet alles In dem ganzen Gott Also ist Gott ein einiger Gott Mit sieben Quellgeistern ineinander Da immer einer den anderen gebäret Und ist doch nur ein Gott Nun merke Das Rad in seinem zusammenkorporierten Bauer Bedeutet die herbe Qualität Und das süße Quellwasser Wird von dem Umtreiben oder Aufsteigen Der Geister geboren Denn wenn sich das Licht in der Hitze gebäret So erschrickt die herbe Qualität Vor großer Freude Wie eine Sanftmut Der Schrock Oder Anblick des Lichts Steigert nun in der herben Qualität Fein, sanft und zitternd auf Und zittert Der ist nun in dem Wasser bitter Und das Licht vertrocknet ihn Und macht ihn freundlich und süße Darinnen steht nun das Leben Und die Freude Da steigen alle sieben Geister ineinander auf Und gebären sich gleich wie in einem Zirkel Und das Licht wird mitten in den sieben Geistern scheinend Und scheinet wieder in alle sieben Geister Und darinnen triumphieren alle Geister Und freuen sich in dem Lichte Also auch gebären die sieben Geister das Herze Und das Herz erhält die sieben Geister Gehen alter auf in Stimmen und göttliche Freuden reich Denn wenn die Geister mit ihrem Licht ineinander wallen Sich umdrehen und aufsteigen So wird immer das Leben geboren Denn ein Geist gibt immer dem anderen seinen Geschmack Das ist, er infiziert sich mit dem anderen Also kostet einer den anderen Und fühlet den anderen Und der Schall oder Ton dringet von allen sieben Geistern Gegen das Herz Und steiget in dem Herzen im Blitze des Lichts auf Da gehen Aufstimmen und Freuden reich des Sohnes Gottes Und alle sieben Geister triumphieren Und freuen sich in dem Herzen Gottes Ein jeder nach seiner Qualität Denn in dem Lichte, in dem süßen Wasser Wird alle Herbigkeit und Härtigkeit und Bitterkeit und Hitze Gesänftiget und lieblich Und ist in den sieben Geistern nichts Denn ein liebliches Ring und wunderliches Gebären Wie ein heiliges Spiel Gottes Ihre scharfe Geburt aber Davon ich oben geschrieben habe Die bleibt als wie ein Kern verborgen Denn sie wird von dem Licht und süßen Wasser gesänftiget Aber sie ringet feinsamt wie ein lieblich Spiel So sich aber die Quellgeister würden erheben Und Geschwinde ineinander durchdringen Und sich hart reiben und quetschen So quetschte sich das süße Wasser aus Und zündete sich die grimmige Hitze an Als dann würde aufgehen das Feuer aller sieben Geister Wie im Luzifer Das ist nun die wahrhaftige Geburt der Gottheit Die von Ewigkeit an allen Enden ist also gewesen Und bleibt in alle Ewigkeit also Wenn heute Philosophen und Seher Wie Sri Aurobindo, Teilhard de Chardin, Jean Gebser Und viele andere Von einer Mutation des Menschheitsbewusstseins sprechen Von einem ähnlichen Bewusstseinssprung Wie er sich während der von Karl Jaspers so benannten Achsenzeit ereignete So gibt Jakob Böhmes Werk diesem Sprung eine Richtung Es ist die Bewusstwerdung des unsichtbaren Ursprungs In Böhmes Worten der inwendigste Grund aller Wesen Und es ist die geistige Selbstbegegnung des Menschen Als das größeste Geheimnis, das Gott gewirkelt hat Das klingt angesichts des Transhumanismus Der den Homo sapiens kybernetisch updaten Und die Krankheit Tod endlich besiegen will Wie die Rückkehr zu alten und nicht mehr gültigen Zielen Menschlicher Forschung und Erkenntnis Aber das ist ein fundamentaler Irrtum Über nichts weiß der digitale Gegenwartsmensch Weniger als über sich selbst Wo willst du doch Gott suchen? Suche ihn nur in deiner Seelen Die ist aus der ewigen Natur Darinnen die göttliche Geburt stehlt Ein Gleichnis nimm dir an dir selber Deine Seele in dir gibt dir Erstens Vernunft Dass du kannst sinnen Die bedeutet Gott den Vater Zweitens Das Licht so in deiner Seele scheinet Dass du die Kraft erkennest und dich leitest Bedeutet Gott den Sohn oder Herze Die ewige Kraft Und drittens Das Gemüte Welches ist des Lichtes Kraft Und Ausgang vom Lichte Damit du den Leib regierest Das bedeutet Gott den Heiligen Geist Die Finsternis in dir Welche sich sehnet nach dem Licht Ist das erste Prinzipium Des Lichtes Kraft in dir Dadurch du ohne Augen siehst im Gemüte Ist das andere Prinzipium Und die sehnende Kraft So im Gemüte ausgeht und an sich zeugt und sich füllet Davon der materialische Leib wächst Ist das dritte Prinzipium Paul Harnkammer hat in seinem vor fast 100 Jahren veröffentlichten Buch Jakob Böhme Gestalt und Gestaltung Festgehalten, dass die Schriften des Philosophus Teutonicus wie eine Prophezeiung künftigen Wissens erscheinen Dass dem tatsächlich so sein könnte Deutet sich an So schreibt der rumänische Physiker Basarab Nikulescu Ende des 20. Jahrhunderts In einem Essay über Jakob Böhmes Kosmologie und ihre Bedeutung für die Sinnsuche der Naturwissenschaft Eine Rückkehr zu einer alten, blutleeren, ausgetrockneten Theologie, Tradition oder Ideologie ist unvorstellbar Der Ausgangspunkt für eine neue Philosophie der Natur kann nur die moderne Wissenschaft sein Eine Wissenschaft, die eine Öffnung zum Sein nicht nur toleriert, sondern danach verlangt Diese Öffnung kann nur in einer neuen Art der wissenschaftlichen und kulturellen Vorgehensweise liegen In einer transdisziplinären Methodik Damit öffnet sich ein unglaublicher Raum für einen freien Dialog zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart Zwischen Wissenschaft, Kunst, Tradition und allen anderen Formen des Wissens Auf diesem Weg ist es unausweichlich, dass die großen Texte der Vergangenheit wie die Schriften Jakob Böhmes wiederentdeckt werden Denn Kultur bildet über alle Zeiten hinweg ein unzertrennbares, vollständiges Ganzes Böhme zeigt uns, wie die unendlich fältige Herrlichkeit des Seins sich im Spiegel der Natur reflektiert Die moderne Wissenschaft wiederum hat uns beim Blick in diesen Spiegel die Entdeckung immer staunenswerterer Zeichen beschert Was wir wirklich nennen, ist das Ergebnis der Interaktion zwischen zwei Facetten ein und derselben Realität Des physischen Universums und der Menschheit Die Zeit für eine wahrhaft neue Allianz ist gekommen Die Allianz des Menschen mit sich selbst Auf unserer Suche ist Jakob Böhme mitten unter uns Körperlich anwesend Ein Freund Ein göttlicher Schuhmacher Ein lebender Zeuge für diese neue Allianz Jakob Böhmes Aussagen über den Menschen und seine Stellung im All Sind in diesem Zusammenhang Vorbereitungen zu einer zweiten Aufklärung In deren Prozess wir die kosmische, geistige Dimension des Menschen Und die innerste, unauflösbare Verbundenheit allen Menschseins auf diesem Planeten wiederentdecken Der eine Leib in vielen Gliedern, von denen jedes wieder ein Ganzes ist Rudolf Barrow schreibt 1987 in seiner Logik der Rettung Konservative Revolution hin und her Was wir eigentlich brauchen ist eine anthropologische Revolution Ein Sprung in der Evolution des menschlichen Geistes Der bereits begonnen hat, nachdem er seit der Achsenzeit von Buddha, Lao Tse, Platon, Christus und Mohammed vorangekündigt war Anthropologische Revolution meint die Neugründung der Gesellschaft Auf bisher unerschlossene, unentfaltete Bewusstseinskräfte In seiner Vorrede zu der Schrift Mysterium Magnum Einer umfangreichen Deutung der biblischen Schöpfungsgeschichte Stellt Jakob Böhme die Anwesenheit des verborgenen Gottes in dieser Welt dar Als Beispiel nimmt er die Anwesenheit des Bewusstseins, das er Gemüt nennt, im menschlichen Leib Und entwirft in einfachsten Worten die Grundlage für eine neue, zukünftige Betrachtung Gottes, der Natur und des Menschen Wenn wir betrachten die sichtbare Welt mit ihrem Wesen und betrachten das Leben der Kreaturen So finden wir daran das Gleichnis der unsichtbaren geistlichen Welt Welche in der sichtbaren Welt verborgen ist, wie die Seele im Leibe Und sehen daran, dass der verborgene Gott allem nahe und durch alles ist Und dem sichtbaren Wesen doch ganz verborgen Ein Exempel haben wir an des Menschen Gemüte, welches ein unsichtbares Feuer ist Das zu Licht und Finsternis als zu Freude und Leid geneiget ist Und ist an sich selber doch derselben keines Sondern ist nur eine Ursache dazu Ein unsichtbar, ungreifliches Quellfeuer Und doch nach seinem eigenen Wesen in nichts geschlossen Als nur allein in den Willen des Lebens Der Leib kann das Gemüt nicht begreifen Aber das Gemüt begreift den Leib Und führt ihn zu Lieb und Leid Also auch von Gottes Wort und Kraft zu verstehen ist Welches den sichtbaren, empfindlichen Elementen verborgen ist Und doch durch und in den Elementen wohnet Und durch das empfindliche Leben und Wesen wirket Wie das Gemüt im Leibe Denn die sichtbaren, empfindlichen Dinge sind ein Wesen des Unsichtbaren Von dem Unsichtlichen, Unbegreiflichen Ist Kommen das Sichtbare, Begreifliche Von dem Aussprechen oder Aushauchen der unsichtbaren Kraft Ist Worden das sichtbare Wesen Das unsichtbare, geistliche Wort der göttlichen Kraft Wirket mit und durch das sichtbare Wesen Wie die Seele mit und durch den Leib Gleich wie sich das Gemüt mit dem Leib und durch den Leib In Sinne und Gedanken einführet Dadurch es wirket und sich empfindlich macht Also auch die unsichtbare Welt Durch die sichtbare und mit der sichtbaren Und ist uns nicht ein solches zu denken Als könnte man die verborgene göttliche Welt nicht ergründen Was sie sei und was ihre Wirkung und Wesen sei Denn an dem sichtbaren Wesen der Kreation Sehen wir eine Figur der inneren, geistlichen Wirkung der Kraftwelt Und sollen von Gott anders nicht denken Als dass er der inwendigste Grund aller Wesen sei Und doch also, dass er von keinem Dinge mag ergriffen werden Aus des Dinges eigener Gewalt Sondern wie sich die Sonne mit ihrem Lichte und Kraft In die empfindlichen lebhaften Dinge einführet Und mit allen Dingen wirket und sich darin mit in ein Wesen einführet Also auch vom göttlichen Worte zu verstehen ist Mit dem Leben der Kreaturen Und mit dem Leben der Kreaturen Darum willst du Gott um die Ewigkeit schauen, so wende dich mit deinem Willen um ins Innere. Im Frühjahr 1624 erscheint in der Druckerei Rambau in Görlitz ein schmales Büchlein mit dem Titel »Der Weg zu Christo«, das zwei 1622 verfasste Texte Böhmes enthält, von wahrer Buße und von der wahren Gelassenheit. Einer der adligen Protektoren und Schüler Böhmes, der durch die geistigen Weisungen des Seers »Die neue Wiedergeburt« erfährt, hat den Druck diesmal Mitwissen des Autors veranlasst. Es ist die erste und einzige Schrift, die zu Böhmes Lebzeiten gedruckt wird. Und es kommt, wie es kommen muss. Der in all den Jahren immer wieder gegen den Ketzer Böhme hetzende, mittlerweile alkoholkranke Pastor Primarius Richter wird informiert, beginnt zu toben und veröffentlicht am 7. März ein wüstes sogenanntes Pasquill, eine schriftliche Anklage und Beleidigung. Und wieder beschreit er Böhme auf hässliche Weise als Antichrist, als Teufelsdreck und Ketzer. Wieder muss sich der Rat der Stadt Görlitz mit dem Streit auseinandersetzen. Man ordert den Beklagten zum Gespräch, findet an seinen Schriften und seinen Aussagen keinen Makel und rät ihm, sich eine Zeit lang aus der Stadt fortzumachen. Eine von Balthasar Walter vorbereitete und vom Leiter des kurfürstlichen Hoflabors ausgesprochene Einladung nach Dresden kommt zur rechten Zeit. Die Briefe, die Böhme in den zwei Dresdner Monaten an seine Freunde schreibt, lassen erkennen, dass er sich von den Gesprächen mit den hohen Herren einen tiefgreifenden Durchbruch erwartet, die wahre, entscheidende Reformation des christlichen Glaubens, vorbereitet durch seine Schriften. Wie sich herausstellt, hat man ihn jedoch vor allem an den Hof gebeten, um zu prüfen, ob der schreibende Görlitzer Handwerker de facto ein Ketzer oder in irgendeiner Weise politisch gefährlich ist. Aber man entlässt ihn freundlich, auch beeindruckt und unverbindlich. Mit leeren Händen kehrt er zurück, bleibt bei Freunden auf dem Land und schreibt weiter, bis er im November 1624, erschöpft und schwer krank, nach Görlitz zu seiner Familie zurückkehrt. Er ist 49 Jahre alt, Abraham von Frankenberg berichtet. Als er im Jahre 1624 etliche Wochen über bei uns in Schlesien war und neben anderen erbaulichen Gesprächen von der hochseligen Erkenntnis Gottes und seines Sohnes, sonderlich aus dem Licht der geheimen und offenbaren Natur, zugleich die drei Tafeln von göttlicher Offenbarung verfertigte, ist er nach meiner Abreise mit einem hitzigen Fieber überfallen, wegen zu vielen Wassertrinkens zerschwollen und endlich seinem Begehren nach also krank nach Görlitz in sein Haus geführt worden. Allwo er nach zuvor getanem, rein evangelischen Glaubensbekenntnis und würdigem Gebrauch des Gnadenpfands folgenden 17. November verschieden, da er zuvor seinen Sohn Tobias rufte und fragte, ob er auch die schöne Musik hörte. Als er sagte, nein, sprach er, man solle die Türe öffnen, dass man den Gesang besser hören könne. Danach fragte er, wie hoch ist es an der Uhr? Als man antwortete, es habe zwei geschlagen, sprach er, das ist noch nicht meine Zeit, nach drei Stunden ist meine Zeit. Unterdessen redete er diese Worte einmal, O du starker Gott, Zebaoth, rette mich nach deinem Willen. O du gekreuzigter Herr Jesu Christ, erbarm dich mein, nimm mich in dein Reich. Als es aber kaum sechs Uhr des Morgens, nahm er Abschied von seinem Weibe und Sohne, segnete sie und sprach darauf, nun fahre ich hin ins Paradies. Heißet sich seinen Sohn umwenden, er seufze tief und entschlief. Fuhr also mit Fried, gar sanft und stille von dieser Welt. Gerlitz im Juli 2019 auf dem Nikolai-Friedhof. Das Grab Jakob Böhmes. Ein großer, geschliffener Findling, auf dem zu lesen ist Jakob Böhmel, geboren 1575, gestorben 1624, am 17. November. Das Begräbnis am 19. November wird für die Stadt Görlitz zum politischen Ärgernis. Der Nachfolger des im Sommer verstorbenen Gregor Richter verweigert eine christliche Bestattung. Es gibt Aufruhr und Streit und hässliche Querelen, bis die Kirche nachgibt und einen subalternen, unwilligen Geistlichen mit der Zeremonie auf dem Nikolai-Friedhof beauftragt, die in Anwesenheit einiger hundert Görlitzer Bürger abgehalten wird. Wenige Tage später ist die Grabstätte von Unbekannten verwüstet. Das als Schwert gestaltete, mit reichen Verzierungen und Texten geschmückte Grabkreuz, das Freunde und Verehrer gestiftet haben, ist zerstört und nicht mehr auffindbar. Später wird das Grab verlegt. Auf dem Findling der neuen Grabstätte steht unter den Lebensdaten der Satz aus der Offenbarung des Johannes, den sich Jakob Böhmes Familie von dem widerstrebenden Geistlichen vergeblich für die Leichenpredigt gewünscht hatte. Wer überwindet, der soll in weiße Gewänder gekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buche des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also, ihr Menschenkinder, seid all hier sehend und nicht blind. Merket's doch, was euch geoffenbart ist. Es geschieht nicht vergebens. Es ist was dahinter. Schlafet nicht. Es ist Zeit. Seht doch, was das Wesen aller Wesen ist. Diese Welt ist aus dem Ewigen ausgeboren. Weil wir nun solches wissen, was wir sind, und dass es uns Gott lässet wissen, so mögen wir nur zusehen und was Gutes aus uns gebären. Denn wir haben das Zentrum Nature in uns. Machen wir einen Engel aus uns, so sind wir das. Machen wir einen Teufel aus uns, so sind wir das auch. Wir sind all hier im Machen in der Schöpfung. Wir stehen im Acker. Denn du darfst nicht sagen, wo ist Gott. Höre, du blinder Mensch, du lebest in Gott und Gott ist in dir. Und so du heilig lebest, so bist du selber Gott. Wo du nur hinsiehst, da ist Gott. Vertraue und glaube, Sie hörten Liebe und Zorn, eine lange Nacht über den Mystiker und Theosophen Jakob Böhme von Ronald Steckel. Es sprachen Corinna Kirchhoff, Max Hopp und Wolfgang Michael. Als Gast Julia Jentsch und Traudl Haas, Fritz Mikesch und Urs Troller. Ton Peter Kainz. Realisation, Komposition und Regie Ronald Steckel. Redaktion Monika Künzel. Deraktion Monika Kainz. Deraktion Monika Kainz. Deraktion Monika Kainz. Zuruf Ritz Mikesch Karri 마무�acı. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020